Okay, Aufnahme läuft. Okay, dann 3, 2, 1, go oder was? Ich würde auch sagen, 3, 2, 1, quasi, go. Hi, was geht? Hi, was geht? Bei dir ist es aufgeräumt. Also hinten, weggeräumt. Weggeräumt, nicht aufgeräumt. Ja, der Tisch steht jetzt da, wo er hin sollte, weil wir jetzt, ja, das ist ein neuer Drucker, mein Laserdrucker hat sich verabschiedet. Oh, nach so vielen Jahren hat er dann endlich, wir haben letztens noch drüber gesprochen. Ja, der hat, ich habe nachgeschaut, 5,5 Jahre nur überlebt. Nur, aber ich habe auch nachgeguckt, er ist halt, also er war sehr teuer, Laserdrucker, schwarz-weiß, von, na, er ist ja egal, welche Marke, aber wer guckt schon danach, 72 Euro hat der gekostet, mit Toner. Der neue? Der alte. Achso, und der? Der hat jetzt 205 Fisch gekostet, so Pi mal Auge. Mit Scanner und allem drum und dran, oder? Nein, ich mag solche Multifunktionsgeräte nicht. Also so ein Gerät muss für mich nicht viel gleichzeitig können. Also es ist nur ein Drucker. Ich habe nur darauf geachtet, dass er halt einen gescheiten Netzwerkanschluss hat, also gescheit in Anführungszeichen, das weiß er vorher nicht, also einen Netzwerkanschluss hat. Ja. Dann kannst du halt überall hinstellen, einen gescheiten Einzelblatteinzug, das ist für mich wichtig, weil ich immer noch Paketmagen ausdrucke, da wurde ich für ausgelacht, dann brauchst du doch mit QR-Code, sag ich so, ja, bei mir ist mit QR-Code nix. Also es gibt hier bei mir mehrere Postannahmestellen, die haben wirklich beschissene Öffnungszeiten und eine davon ist kein Witz, die haben nicht mal einen Computer. Wenn du da hingehst mit einem Paket, dann schreiben die die Trackingnummer ab, machen ihren Stempel drauf und unterschreiben das. Als wäre es 1995. 1995. Okay. Ja. Hä? Ja, aber hast du einen Scanner im Haus? Einen Scanner habe ich, der steht sogar, ja, einen Dokumentenscanner, das ist das silberne Ding, was da gerade da oben steht, der hat gerade keinen festen Platz, weil ich hier gerade umräume. Aber der kann schon so 300 Blätter einscannen, so am Stück. Das ist ein Dokumentenscanner, das läuft super mit dem Ding, also brauche ich nicht so häufig, aber als ich damals gebraucht habe, war das die sinnvollste Investition, die ich gemacht habe. Die sinnvollste, nicht Investition, die sinnvollste Geldausgabe, die ich gemacht habe, ja? Ja, also ich habe ja so ein All-in-One-Gerät. Aber ich hasse die Dinger. Ja. Die sind immer, also die, wie sagt man denn, die Patronen sind halt einfach ekelhaft teuer. Und das hält nicht so lange. Gelb ist alle! Ja, das ist schön. Und jetzt? Gelb ist alle! Ja, was denn jetzt? Dann machst du gelb rein. Nee, alles andere ist auch alle jetzt. Ja, der geht aber eigentlich anders, ne? Gelb ist alle. Ja, ich möchte nur schwarz-weiß drucken. Ist egal. Mach gelb. Es ist so... Hä? Trägt mich mal voll auf. Ich habe schon überlegt, ob ich mir nächstes Mal so richtig mal rein-dive. Und mir dann was ganz ordentliches kaufe. Die Frage ist, wie oft man es dann am Ende wirklich braucht, ne? Naja, also einscannen brauche ich schon ziemlich schnell und viel manchmal. Das ist bei mir nicht anders. Ja, gerade so Belege und, äh... Mal einen Vertrag unterschreiben. Machst du das beim... Moment, ich habe mal eine Frage. Machst du das beim Vertrag unterschreiben, wenn du Verträge unterschreibst? Ich meine, das kommt ja vor. Machst du das wirklich per Hand und scannst es dann ein und schickst es zurück? Oder scannst du das Papier ein und fügst deine Unterschrift als PNG hinzu? Ich habe letztens... Ich habe mir ja ein neues Auto bestellt. Äh, also Filmwagen jetzt. Weil meiner kommt jetzt weg. Klar, AMG. Ne, sowas fahre ich nicht. Ich fahre bescheidene, äh... Allerwelts Auto. Wie sagt man? Arbeiterklasse Auto. Äh... Mager. Kannst du dich nicht ausdenken. 30 Seiten ausdrucken. Überall deinen scheiß Willi drunter setzen. Und die Kacke wieder einscannen. Was soll das? Haftung. Was soll das? Die wollen es halt ganz genau nehmen. Ja, aber du scannst es ein und schickst es dann dahin. Und es sieht aus wie Kotze. Ist halt so. Jetzt überlegt mal, wie oft der arme Autohausmitarbeiter dann einfach so Handyfotos bekommt, weil die Leute keinen Scanner haben, weißt du? Dann hast du da so einen Vogel, der 30 Handyfotos macht, eins schief, eins so, eins da. Das Ding ist ja, der Scanner macht das ja auch schief. Ich hab oben so einen Einzug. Ich hab, echt ohne Scheiße, ich hab für das Auto eigentlich so einen Stapel Papier eingescannt. Hab ich oben reingelassen. Weil der Witz an der ganzen Sache ist ja, da sind ja die AGBs dabei. Und die musst du ja alle mit ausdrucken. Weil unten bei den AGBs musst du ja unterschreiben. Und dann denkst du so, reicht ja nicht vielleicht auch ein Zettel? Nee, nee, muss schon komplett sein. Muss komplett sein, ja. Really? Really? Ich fand's bei meinem Leasingfahrzeug genauso. Also auch eine Million Blätter und dann nochmal hin und nochmal zurück und dann die Bank und bla bla dies und bla bla das. Fand ich auch super nervig. Aber hey, wenn das so ist von den Unterlagen und von der Haftung her, was soll's, ne? Der Witz an der ganzen Sache, der schrieb mir dann eine E-Mail, Herr Dissing, Sie haben noch ein Stück Papier vergessen. Was zu unterschreiben. Alter, ich alle Blätter durchgeguckt, ne? Ich so, welche Papiere fehlen denn jetzt? Keine Antwort mehr gekriegt. Gut. Schön. Kannst du den ganzen Kack wieder neu ausfüllen? Schön. Können wir die Scheiße nicht einfach endlich digital machen? Dass man das in der PDF speichern kann? Das wär schon schön, ja. Ich hab die Info bekommen, wir sollen heute mal ein bisschen mehr auf unseren Chat eingehen. Und das mach ich jetzt hier. Es gibt doch von Adobe Sign oder so, wie heißt das? Ja, es gibt mehrere Online-Tools, die sowas anbieten. Doku Sign zum Beispiel, ja. Ich weiß nicht, ob das von Adobe ist und so. Und da haben ja auch verschiedene Firmen ihre Verträge mit ihren, wie nennt man die, Streamern, ne? Ja. Und dann läuft das quasi drauf. Also, findest du das gut, diese Doku Sign-Sache? Ja. Ist schon gut, ne? Ja. Ich glaube auch, dass ich, ey, jetzt ohne Scheiß, ich glaube, die meisten Streamer, die bei Twitch zum Beispiel einen Partnervertrag unterschreiben und das über Doku Sign, ich weiß gar nicht, läuft das immer noch über Doku Sign, ja, ne? Nee. Mittlerweile nicht mehr, ne? Nee, da klickst du in eine Zeile rein, schreibst deinen Namen hin und dann bist du fertig. Genau, das ist mittlerweile bei Twitch so der Fall. Aber ich hab damals mal so ein paar Verträge unterschrieben, das lief über Doku Sign. Und ich fand's echt gut, dass ich mich ein paar Jahre später noch da einloggen konnte und konnte den Scheiß nochmal runterladen. Ich lad mir das immer sofort runter. Ja, das mach ich auch und schieb das dann auf ein spezielles Laufwerk und, aber in einem Fall hab ich's nicht wiedergefunden. Was auch geil ist, wenn du dir bei, wenn du einen Partnervertrag bei Twitch hast, dann kannst du ja über dein Dashboard, kannst du ja den Vertrag einsehen. Richtig? Mhm. Kannst du das bei dir? Ja. Bei mir geht das nicht. Bei mir steht so, wenden Sie sich bitte an den Support. Weil dann denkst du natürlich sofort, ah geil, ich wende mich an den Twitch-Support, das geht bestimmt total schnell. Und dann schreibst du denen und sagst so, hey, könnt ihr mir bitte meinen aktuellen Vertrag mal zuschicken? Und dann schicken die mir den Vertrag und das hat sogar funktioniert. Traurige Geschichte. Mann, das ist einfach wirklich zum Kotzen. Ich weiß nicht, wann wir das endlich mal hinkriegen, dass wir das nicht mehr so umständlich machen müssen. Der Witz, pass auf, jetzt kommt ja der Witz an der ganzen Sache. Diese PDF-Dokumente kannst du alle ausfüllen. Du kannst das Datum eintragen, dein Wohnort, alle Infos, die du brauchst, aber du musst es ausdrucken, um das zu unterschreiben. Du musst es ausdrucken, um es zu unterschreiben. Und du denkst, warum? Was soll das? Okay, aber jetzt hier nochmal der Hinweis. Du kannst es ja auch als Bilddatei ausdrucken, kannst da deine PNG-Unterschrift draufschieben, dann wieder zu einer PDF zusammenfügen und zurückschicken und sagen so, ja, habe ich gemacht. Ja, toll, aber das ist doch viel zu komplizieren. Was soll das denn? Geht, also geht. Gott, ey, ohne Witz. Mein Chat sagt gerade, bist du sicher, dass das reicht? Nee, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das eben nicht reicht. Aber dann müssen die mir erstmal beweisen, dass ich es eben nicht unterschrieben habe. Genau, das geht nicht. Also die sagen dir, sie müssen das richtig unterschreiben. Habe ich auch schon gehabt. Habe ich noch nie gehabt. Habe ich schon, ah, so oft gehabt. Mittlerweile. Weil ich habe meine Unterschrift, habe ich nämlich auch als PNG da liegen schon. Weil ein weiser Voraussicht. Aber habe auch schon postet sich nicht, das geht so nicht. Das müssen sie nochmal richtig machen. Cool. Ja, ist so eine Sache der Rechtssicherheit und so, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, naja. Geht halt nicht. Jetzt weiß ich immer noch nicht, welche Papiere fehlen. Warte ich halt nochmal ein bisschen drauf. Supi. Oder sollen die beim Scan sehen, dass es in echt nicht in echt unterschrieben habe? Das Problem ist, wenn, sagen wir mal, du bist so, sagen wir mal in dem Fall von Herrn Dissingen jetzt gerade, ne? Du bist so ein Autoverkäufer. Dann bist du es gewohnt, dass der Kunde dir, wenn das eingescannt ist, dass das aussieht wie kreuz und quer und rüben so, ne? Das sieht niemals 100% exakt aus. Und wenn jetzt auf jede Unterschrift exakt gleich aussieht, ne? Ja, genau. Das kann niemand. Genau. Ja, das kann halt einfach niemand. Und wenn du dann auch den Fehler machst und deine Unterschrift hat dann auch so eine bestimmte Farbe und es sieht immer gleich aus, keine Chance. Dann sagt dir einer sofort, hey, das haben sie nicht ausgedruckt und ausgeunterschrieben. Ich musste halt 15 Mal unterschreiben. 15 Mal. Das ist schon echt schwer, ne? Naja, das ist nicht schwer. Das Ding ist halt einfach nur, das ist super anstrengend und ätzend. Vor allen Dingen, wenn die PDFs im PDF-Reader, dass du die nicht vernünftig verwenden kannst, weil die so groß ist, dass wenn du scrollen willst, der immer die Pages durchspringt. Kennst du bestimmt auch, oder? Und dann sagst du irgendwann, weißt du was, leck mich am Arsch, druckst es aus und füllst es per Hand aus. Ja, weil das halt schneller geht. Und dann kommt wieder der Dokumentenscanner rein. Also das ist ein Dokumentenscanner von Fujitsu. Den habe ich, keine Ahnung, vor 15 Jahren mal gekauft oder so, ne? Der war auch nicht ganz günstig, aber das ist kein teures Teil, ne? Und, also ich weiß nicht, so 30, 40 Seiten kann der am Stück futtern, aber das hast du ja meistens nicht, ne? Und die Software funktioniert bis heute zum Glück, ne? Unter Windows 10. Und dann ist die im Prinzip so eingestellt, dass er einen Duplex-Scan machen soll, wenn du auf den Knopf drückst und alles andere musst du halt über die Software machen. Rechts anklicken, hier Simplex-Scan, was auch immer. Ja, und dann frisst er die Sachen und wenn er ein weißes Blatt erkennt, dann wird das gar nicht erst quasi ins Dokument mit reingeballert und ansonsten wird es halt nach den Vorgaben quasi gefuttert und abgelegt als PDF oder als JPEG oder was auch immer du haben willst. Läuft super. Also wirklich, top. Ja, boah, meiner macht das auch. Ich habe hier so ein Office-Jet-Ding Pro. Das geht auch einigermaßen zügig. Ist halt immer nur ein bisschen, ja, ich fände es etwas kompliziert und unnötig, naja. Jetzt muss ich halt wieder noch warten, was da fehlt. Vielleicht kommt halt einfach irgendwann mal so eine rein digitale Lösung, die komplett legal ist. Also die rechtlich gesehen komplett legal ist, ne? Das wäre schön, ja. Das wäre schon cool, ja. Oder wenn sie einfach mal so ein Fenster da reinmachen, dass du reinklicken kannst und du kannst dann mit irgendwas da drin unterschreiben, weißt du? Also schon am Computer, das wäre toll. Die Frage ist ja, ob dieses, äh, dieses Nicht-Doku-Sein, also das, was Twitch macht, wo man dann einfach nur so seine Kürzel so per Tastatur reinschreibt, ob das überhaupt in Deutschland legal ist. Ne, ja, ich meine ja, du, also ich habe ja hier auch einen Stift. Also ich könnte ja so auch unterschreiben. Aber sie grauen ja diese Fenster aus, du kannst da drin ja nichts machen. Ja. So, wenn das Fenster aber so wäre, dass du den Stift nehmen könntest und sagst hier, unterschreiben, dann wäre das ja schon mal geil. Aber geht ja auch nicht. Ist ja immer blockiert. Mhm. Ich glaube, ich werde mein Auto nie bekommen, habe ich das Gefühl. Ich habe so keinen Bock, das geht mir so auf den Sack. In Deutschland kommen, äh, bei dem, ab sofort oder ab dem nächsten Datum, keine Ahnung, äh, kommen die, ähm, Fingerabdrücke jetzt mit auf den Personalausweis. Also als, ne? Also zum Abgleich. Schön. Nur so eine Überleitung, jetzt völlig out of context so, ne? Hast du deinen Rechner fertig? Äh, der Stream-PC ist im Grunde fertig. Ich habe den, ähm, also das, der Knackpunkt war, dass egal welchen Kühler ich eingebaut habe, in dem kleinen Gehäuse, ähm, dass er halt zu heiß wurde, ne? Also der hat immer irgendwann angefangen, Dropframes zu spucken oder halt eben, dass er runtergetaktet hat. Also Dropframes nicht, aber dass er da, dass er halt, ähm, ne? Ne? Also thermale Probleme hatte und dann runtergetaktet. Egal, egal, bei welchen Lüfter-Einstellungen. Immer full dabei, immer full Power so. So, und ich habe den, ich habe dann im BIOS, gibt es bei den AMD Overclocking-Einstellungen, gibt es einen Eco-Modus, dass, dass die CPU sich wohl nur noch 65 Watt ziehen kann. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe. Ne. Und, äh, ich war der Meinung, dass 65 Watt für die CPU diese CPU halt quasi zu einer Art Mobile-Prozessor macht, ne? Das war so mein Gedankengang. So von wegen so, ja, was willst du in einer 5900X denn halt auf Eco stellen? Das macht ja gar keinen Sinn, so, ne? Ja. War aber falsch. Äh, ich habe also Encoding und Livestream stundenlang laufen lassen. Keinerlei Ausfälle, keine Dropframes, äh, 15 bis 20 Grad unter der Standard-Temperatur, also unter der letzten Temperatur. Also habe ich noch eine Menge Headroom nach oben frei für alle Spielereien, die man da machen möchte. Ähm, läuft jetzt super. Äh, ist für nächste Woche angedacht, dass der in Betrieb genommen wird. Ähm, vorher werde ich mich noch ein bisschen mit dem X264 auseinandersetzen und noch ein paar Kleinigkeiten ausprobieren. Und dann geht das hier wieder mit dem Zwei-PC-System weiter. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich werde mal testweise auf ein Mischpult verzichten. Testweise heißt, noch nicht fest. Äh, ich nehme dann das Elgato Wave, nehme auch das komplette Wave-Paket und, äh, versuche das komplett mal digital zu machen. Also digital nicht wie du, ne? Deine Lösung ist halt Premium-Premium, sondern einfach nur, ähm, die, die Elgato Wave XLR-Lösung mit, ähm, ähm, Mikro 1 darüber, Mikro 2 direkt über ein Line-In und, äh, dann schaue ich mal, wie weit ich komme. Also, ne? Also, es ist immer besser, wenn man in Mischpult zugeht. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist für mich jetzt nur Spielerei und Ausprobieren. Ja, okay. Klingt interessant. Ich meine, so habe ich früher auch angefangen. So mit Kabel hin und her. Mal gucken. Bin gespannt, was du, äh, erzählst. Du wirst mich nächste Woche, also wenn, ich bin noch nicht sicher, ob das nächste Woche Mittwoch schon steht. Falls wir am Mittwoch, äh, okay, bei mir geht gerade die Welt unter. Ja, ich höre es gerade. Okay. Gute Laude. Ja, das, äh, wir hatten hier schon genug Regen. Jetzt kannst du mal wieder ein bisschen trocken bleiben. Hier ist furztrocken. Tot. Kannst gerne ein bisschen Wasser haben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Nee, nee, nee. Was hatten wir uns denn heute für ein Thema überlegt für diese Folge? Na, heute ist einfach mal Wundertüte. Wir quatschen einfach mal drauf los, ne? Wir hatten da nichts Spezielles. Wer hat denn über, also wer hat denn, äh, dich ermahnt, dass wir auf den Chat eingehen sollen nach 14 Folgen? Ich weiß nicht. Wir können ja mal hochscrollen, welcher Daddl Junkie, ähm, äh, was? Daddl Junkie? Hat Daddl Junkie Aufmerksamkeitsdefizit heute? Nach, nach 14 Folgen? Ich glaub, das hat er immer. Nee, aber das wurde schon öfter mal gefordert, dass wir, äh, dass wir ein bisschen mehr auf den Chat eingehen und mal ab und zu, ne, auch mal so Impulse daraus nehmen. Und das find ich ja auch richtig. Wir haben ja auch schon öfter drüber gesprochen, ne? Weil wir auch die Möglichkeiten haben. Da steht, also bei mir stehen meistens nicht wirklich Sachen drin, die man, also... Nee. Bei mir mal so, mal so. Genau, mal so, mal so, mal so, ja. Ja. Ich hab übrigens letzte Woche, ähm, mich hingesetzt und hab, äh, den Streaming-PC mal, äh, konfiguriert. War teuer? Ein bisschen? Du meinst jetzt den Mac Pro? Nee, ja. Das war ein stabile, also das Upgrade wäre ein stabile, äh, 3300. Euro gewesen. Hm. Auf welchen Basispreis? Was meinst du, Basispreis? Wenn du sagst, Upgrade, heißt das ja, heißt das ja, du hast einen Basispreis und ein Basismodell und da kommen noch mal dreieinhalb drauf. Das, was da unten drunter steht. Okay. Ja. Und dann? Na ja, der Witz an der ganzen Sache ist, ist nur eine CPU, ein Kühler, ein Board, Grafikkarte und Gehäuse. Okay, was für ein Gehäuse, was für ein Kühler, was für eine CPU und was für eine Grafikkarte? Ich hab den, äh, selben Kühler genommen wie hinten, äh, da ist nur 110i drinne von, äh, von Corsair. Dann hab ich dasselbe Gehäuse wie da hinten, das 5000D, äh, 5950X, dasselbe Mainboard, was ich aktuell fahre, in allen Rechnern, bis auf den Streaming-Rechner. Ja, die Grafikkarte hat halt mit 1800 Euro schon reingezimmert. 3080 Ti? Nee, 6900 XT. Ah, okay, AMD, ja, alles klar. Ja, da bin ich nicht so drin. Weil ich wollte, die da hinten steht 6800 XT, die wollte ich da rausnehmen und in den Streaming-Rechner nehmen und dann die Radeon 7 hier rausnehmen. Aber das fand ich schon ein bisschen teuer, muss ich sagen. Und da war ja noch nix dabei, also kein Arbeitsspeicher, kein Netzteil, so, keine NVMe, nix. Das war einfach nur so, also, Computer ist grad ganz schön teuer, Alter. Ich hab mich ganz schön... Hat das für mich beim letzten Mal gesagt, also dieses Jahr wolltest du keinen Geld mehr für... Ja, mach ich auch nicht. Ich hab nur geguckt. Ich hab wirklich nur geguckt. Machen wollte ich's nicht. Nee. Nur ne Frage. Ja, ich musste mir ja auch ein neues Objektiv kaufen, meins war ja kaputt. Das ist ja immer... Ist das angekommen? Ja, das ist da dran jetzt, ja. Es ist schon da dran, na ja. Hab schon verbaut. Ich sehe ein leichtes Schmunzeln im Gesicht, aber das ist immer ein gutes Zeichen. Naja, es funktioniert halt wieder, ne. Also mein anderes funktioniert ja auch, aber das wird halt einfach nicht mehr erkannt am Bayonet. Und das geht jetzt halt wieder. Und das war 600 Euro günstiger als das davor. Und das finde ich persönlich sehr gut für den Preis. Hauptsache es macht genau, was es soll. Ja, es ist mein... Es sind immer noch 800 Schleifen, davon mal abgesehen. Also es ist immer noch ne Menge Geld. Aber es tut das, was es soll. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Also Autofokus ist supi, Bild ist klasse. Ich meine, ändert nix daran, dass die Kamera einfach da völliger Overkill ist. So, da werden wir uns ja schon drüber unterhalten. Aber ja, es war gut. Die Frage tritt bei mir ja gerade auf, ob man das Bayonet am Objektiv nicht reparieren lassen kann. Ja, hab ich hingeschickt. Und der Witz an der ganzen Sache ist, dass es in der Reparatur funktioniert hat. Also manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Und jetzt ist halt so eine Phase, wo es wirklich schon sehr lange nicht mehr ging. Und naja, ich hab jetzt keinen Bock mehr für 300 Euro das reparieren zu lassen. Weil ich hab schon einmal 300 Euro von nix bezahlen. So, und damit ich das nicht nochmal mache, hab ich mir jetzt eine neue gebraucht. Thema reparieren lassen. Wie gesagt, mein Laserdrucker ist kaputt. Und das ist natürlich wieder in dem Moment passiert, wo man das Gerät mal wirklich gebraucht hat. Also du willst mal eben kurz was ausdrucken. Du musst mal eben kurz was vorhin schicken. Und du musst mal eben kurz einen Scheiß ausdrucken. Und Drucker hab ich wirklich nicht mehr. Ich hab nur diesen einen. Und so, aber in der Amazon-Welt oder egal bei wem, Lieferzeiten sind ja heutzutage, wenn man bei den richtigen Leuten bestellt, schnell. Und da hab ich gedacht, du kannst den alten Drucker aber nicht einmal nicht so wegschmeißen. Der ist halt einfach nur nicht mehr angegangen. Das ist ja meistens eine Störung wie, keine Ahnung, Netzteil da drin kaputt. Oder irgendwas, was jemand, der das Ding aufmachen kann und die entsprechenden Kenntnisse hat, wahrscheinlich wieder instand setzen kann. Auch wenn's nur so ein billiger Drucker ist. Aber wegschmeißen ist halt scheiße. Und dann hab ich jemanden gefragt, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Wir sind sogar schon mal bei JP Burger essen gewesen. Mit ihm und seinem Bruder. Und der repariert so alte Konsolen. So Gameboys und Super Nintendos und all so'n Scheiß und macht die auch immer heile. Und den hab ich einfach mal gefragt, ob er den Drucker haben möchte. Also ich hab ihm gesagt, ich schick dir den zu und du musst dafür nichts bezahlen. Kannst damit machen, was du willst. Vielleicht kriegst du ja nochmal in Gang. Weil ich find den Gedanken einfach auch gut, wenn das Gerät noch weiter benutzt wird. Ich hab jetzt noch, ich muss noch irgendwo gucken. Ich hab noch irgendwo noch einen Ersatztoner und so weiter. Und ich geh mal davon aus, dass jemand, der sich mit der Scheiße auseinandersetzen kann, entweder sagt, nee, das Bauteil, was wir brauchen, kostet zu viel, lohnt sich nicht. Schrott. Oder halt eben, du, ich hab da quasi mit meinem Lötkolben einmal da dran gehalten und seitdem läuft das Teil wieder so, ne? Ja. Gefühl. Und dann wäre es echt zu schade, das wegzuschmeißen. Ich schmeiß auch immer fast gar nichts weg. Also ich hab... Finde ich gut. Ich hab, ich glaube... Ich glaube, ich hab mal so ein 15 Jahre altes Mainboard weggeschmissen. Aber das war's dann auch. Ich hab noch Arbeitsspeicher DDR2, 60 Gigabyte im Schrank liegen. Also... Wofür? Naja, man weiß ja nie. Ja, man weiß nie. Okay, aber wofür? Es nimmt keinen Platz weg. Ich hab mir das abgewöhnt. Also ich hab bei Hardware hab ich mir abgewöhnt und ich weiß, manche Leute triggert das, wenn ich das so sage, aber wenn ich eine Sache ein Jahr lang nicht brauche, dann brauche ich sie nicht. Dann kann ich sie auch verkaufen. So. Und natürlich hab ich ein paar Sachen, da hängt ein emotionaler Wert dran und die verkauft man halt nicht so, ne? Aber wenn ich merke, ein Ding, egal was, liegt hier länger als ein Jahr rum und es ist kein emotionales Bauteil oder irgendwas, was man zum, äh, noch hinstellt als, als Deko, dann kommt das weg. Ah ja. Dann wird's verkauft. Ja, also wenn's danach geht, dann wär mein Dreiviertel-Lager wahrscheinlich leer. Wahrscheinlich. Ja. Ja, dann wär mein Lager leer, ja. Aber ich hab auch schon gelernt, mich davon zu trennen, aber ich geh, also mittlerweile geb ich ja auch super viel schon weg. Also extrem viel. So, wenn Leute da sind und irgendwas brauchen, so, ich hab halt irgendwie, glaub ich, noch gefühlt, zehn Ein-Terabyte-Festplatte oben liegen. Locker. Okay. Das ist so ne, so ne, ich hab alles so in Boxen, äh, die alle so beschriftet sind, da hab ich den ganzen Shit da liegen, ich hab so viel Boxen, das ist einfach, kannst, äh, kannst du vergessen. Das so viel. Das hab ich mir, wie gesagt, äh, schon sehr früh abgewöhnt. Mein, mein, mein Onkel ist so eins vor Messi gewesen, so, ne? Nen ganzen Keller vollgestellt mit, mit Computer-Krimskram, so eine Hardware hier und ja, kann man immer nochmal gebrauchen und das war für mich so mein, so mein Warnschild, so von wegen so, nee, das ist, das ist, da gehst du hin, wenn du das so weitermachst. Das will ich nicht. Naja, da kannst du noch so ordentlich sein. Früher oder später nimmt das halt überhand und dann kannst du dich nicht mehr von einzelnen Kabeln trennen. Ich hab, als ich, als ich diesen Schnitt gemacht habe, hab ich, hab ich wirklich, ähm, bei Ebay damals noch, das ist schon Ewigkeiten her, hab dann wirklich so Pakete gepackt mit, keine Ahnung, 20 Kaltgerätekabeln. Ne, also diese typischen Stromkabel, die man halt für Computer braucht. 20 Stück. Und ich hatte noch ne, noch ne Kiste voll mit, keine Ahnung, 5 oder 10 Stück so, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich die dann irgendwie, dann irgendwie übrig hatte. Und dieser Cut tat wirklich gut. Also danach konnte ich auch mal wieder richtig durchatmen und, ne, bist überall hergekommen. Also, nicht falsch verstehen, ich hab immer noch ne Arsch voll, äh, voll, voll Kabelgedöns in meinem Keller und auch in verschiedenen Kisten halt irgendwie so rumstehen. Da muss ich auch mal nochmal durchsortieren und da ist dann auch nochmal ganz, ganz alte Sachen drin, aber, ähm, dann macht halt keinen Sinn, sowas zu behalten. Also für mich, es gibt einen Unterschied zwischen, also für mich gibt's einen Unterschied zwischen, es ist sinnvoll, ne Sache nicht wegzuschmeißen, weil die hat noch was zu tun und ich schmeiß es nicht weg, weil ich das vielleicht irgendwann mal gebrauchen kann. Dann bist du doch in Tarkov auch so ein Spieler gewesen, der einfach nie was weggetan hat, oder? Doch. Hast du in Tarkov Ordnung gehalten? Mein Inventar war sauber. Das wundert mich jetzt. Hä, wieso? Mein, mein Lager ist auch alles aufgeräumt. Ich, ja, ist ja gut. Mein Lager ist alles aufgeräumt, Alex. Ah. Da ist alles, da ist alles beschriftet, alles in Kissen, alles vernünftig verpackt. Also bei mir, bei mir geht's ja, also, pass auf, Alex. Du, ich bin ja ab und zu mal auf Reisen, ja? Ja, ja. Und ich habe mittlerweile Etiketten, ne, ne, wie nennt man das denn? Etweez? Ja, Etweez, wo jeweils immer eine Powerbank drin ist, ne große, ne kleine, alle möglichen Kabel, die du brauchst, Wandstecker, äh, zweimal, also welche von USB-C auf normal und dann normal USB für die Wand. Und ich kann einfach in mein Lager gehen, das mitnehmen und fertig. Wenn ich wiederkomme, Powerbank leer ist, anstecken, wieder reinpacken, zupacken und gut. Also bei mir ist wirklich alles aufgeräumt. Ich habe wirklich alles da. Mein IRL-Rucksack hat, äh, Wechselkabel drinne. Falls das Kabel kaputt geht, kann ich das auswechseln. Ich habe für alles möglichen Scheiß Ersatz da und alles ist geordnet. Dagegen, das, dagegen spreche ich auch gar nicht. Das ist, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja grundsolide, dass wenn, dass wenn du, wenn du, äh, für den Part, mit dem du dein Geld verdienst, ähm, halt doppelt abgesichert bist. Ne, aber DDR2-Speicher zu Hause zu behalten, ey, sorry, das sehe ich nicht. Doch, ich sehe das schon. Das hat einen emotionalen Wert. Der war früher sehr teuer, als ich mir den gekauft habe. Das ist ja wieder was anderes. Wenn du sagst, das hat einen emotionalen Wert und du möchtest das haben oder ausstellen oder an die Wand nageln oder was auch immer, das ist wieder was anderes. Da habe ich auch gar kein Problem mit. Der nimmt direkt. Und es geht mich auch nichts an. Du kannst dir deine ganze, du kannst dir deine ganze Bude mit Boxen vollstellen. Freut sich die Katze. Die Katzen, Entschuldigung. Da kommen keine Katzen rein. Ich habe, ich habe wirklich, äh, ich glaube, das ist, äh, zweimal zwei Meter. Der Raum, wo Regale bis unter die Dachlater drunter sind und du hast alles einsortiert. Very nice. Ja. Und das Schöne ist immer, weißt du, was das Schöne daran ist, äh, Alex, das ist, du brauchst etwas ganz dringend. Und das ist sehr selten. Aber du findest das 100 Pro in dem Schrank. Ich sage immer nur, mein, mein liebstes Beispiel dafür ist immer, du kriegst eine TV-Halterung für die, für die, für die Dings und dann klappst du da das Ding auf, wo dann A, B, C, D, E, F, G Schrauben drin sind. Mhm. Die meisten Leute pfeffern das weg. Also mir hat das schon x-mal den Arsch gerettet, dass ich diese aufgehoben habe. Bei solchen Sachen, wenn ich mehr Schrauben geliefert bekomme, als ich brauche, packe ich die auch in meine Werkzeugkiste. Die haben auch so verschiedene, ähm, ähm, Sektionen, so, so kleine Kisten, Schächtelchen oder was auch immer. Und da packe ich die Sachen rein. Das sind ja metrische Gewinde, ne? Die kannst du für immer was, für immer was gebrauchen. Ja. Aber wenn ich die dann zum x-ten mal doppelt und dreifach habe, dann kommen die halt auch weg. Nee. Nee. Ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt diesen Moment, da brauchst du ganz zufällig sechs M8-Schrauben. Ganz zufällig. Und diesen Moment gibt es. Und die meisten Leute fangen dann immer an zu rotieren. Oh, shit, jetzt muss ich erst mal zum Baumarkt. Ich so, ja, ist klar, ich gehe erst mal ins Lager, gehe mal schnell gucken. Ach, da sind die ja. Das verstehe ich. Das verstehe ich absolut. Ich hatte halt immer diesen anderen Moment, so, was brauchst du denn jetzt für ein Kabel? Ah, verdammt. Ja, warte mal, ich gucke mal, aber ich glaube, das habe ich nicht. Das habe ich noch nie gehabt. Und ich habe immer, weil die Technologie geht ja weiter, es gibt ja neue Anschlüsse, neue Stecker, neue was auch immer und so weiter. Und ich brauchte immer genau die Stecker, die ich noch nie gebraucht habe. Oder wie du es beim letzten Mal gesagt hast, das Kabel ist dann halt eben einfach 20 Zentimeter zu kurz. Ich hasse es. Ja, zum Kotzen, wirklich zum Kotzen. Und dann bestellst du dir was Neues und bestellst du was Neues und bestellst du was Neues und, ah, wirklich nervig. Ja, aber ich werde, glaube ich, also meine Garage ist jetzt bald fertig und ich will da nochmal ein bisschen noch mehr Ordnung machen. Ich werde das, glaube ich, dann demnächst auch einmal komplett alles nochmal auseinanderruppen und komplett aufräumen. Das ist ein größeres Projekt, ja? Ne, das Ding ist halt, ich habe, das Gute ist ja, ich verstehe mich mit meinen Nachbarn so gut, ich wollte ja eigentlich eine Werkstatt haben. Und ich habe mich jetzt mit meinem Nachbarn darauf geeinigt, weil ich ja jetzt sehr viel Sport mache, dass ich in meine Garage ganz viel so Sportequipment reinmache, damit man da drin Sport machen kann. Und mein Nachbar dafür macht aber bei sich die Werkstatt auf und wir kriegen beide einen Schlüssel und dann können wir beide jeweils das von dem anderen nutzen. Und damit man halt, also ich habe noch ganz, ich habe noch so eine riesigen Regale, also so Lagerregale. Und das Ding ist halt, ich möchte, ich stehe auf Boxen beschriftet, wo alles drin ist. Also nicht, dass du halt sinnlos irgendwo rumsuchst, sondern ich habe zum Beispiel eine so eine Schüssel, so eine Box, da ist alles voll mit Netzteilen drin. Also hier 5 Watt 2 Ampere, 12 Watt dies, das. Und wir kennen das alle, ich habe das schon so oft gehabt, Schnips vorne abmachen, löst du dann Scheiß daran, machst dazu mit, wie heißt die Kacke hier, hier Schlauch, wie heißt das denn? Schrumpfschlauch. Ja genau, mit Schrumpfschlauch und dann brauchst du kein Netzteil kaufen. Brauchst du nicht das x-tausendste Netzteil besorgen, sondern du hast die Scheiße einfach da. So und das geht mir halt so oft so, dass ich das bei mir wirklich alles ordentlich einsortiert habe, alles beschriftet und wenn ich das wirklich brauche, dann hole ich mir das da raus. Und das nimmt man keinen Platz weg. Also bei mir sind jetzt halt vier Boxen übereinander gestapelt in einer Etage und davon stehen dann halt so sieben Reihen nebeneinander und da ist dann halt alles drin. Ja, finde ich gut. So und wenn, zum Beispiel PC-Boxen, wenn du jetzt, habe ich halt auch noch da liegen so. Und bei mir ist, wenn halt irgendeiner was braucht, dann kann der halt fragen, kann sich das auch mitnehmen, weil wozu soll ich das wegschmeißen? Das ist doch viel zu schade dafür. Also es ist halt wirklich zu schade dafür. Dafür hat man Schweinegeld früher bezahlt und wenn es jetzt nicht unbedingt alles zumüllt oder so, denn, ne. Also ich meine, in Berlin hätte ich das verstanden oder ne, sagen wir mal, in Dresden hätte ich das verstanden. Da hatte ich nicht so viel Platz dafür. Aber ich, also jedes Mal, wenn ich umziehe, habe ich mindestens einen großen Lagerraum. Genau deswegen. Wie groß ist jetzt deine Wohnung? Weil das klingt ja schon ein bisschen... Ich habe jetzt 130 Quadratmeter für mich alleine. Das ist schon ordentlich, ja. Ich habe einen Lagerraum in meiner Wohnung, ich habe einen Keller und ich habe meine Garage noch. So. Krass. Krass. Also die letzte Wohnung, in der ich zu zweit gewohnt habe, war auch so 120 Quadrat rum. Also das ist schon, das ist schon eine Größenordnung. Wenn du da alleine drin wohnst, da hast du schon genug Platz. Ganz klar. Ja, nur habe ich, also ich habe wirklich aufgehört, überall Shit hinzustellen und in dem Raum Shit zu machen. Also es gibt nur das und die Küche und danach das Feierabend. Mehr gibt es nicht. Und das wird auch gar nicht ausgeweitet, weil du bist, irgendwann bist du verloren. Ja. Du bist halt einfach... Dann hast du diese Grenze überschritten. Genau, und wenn du diese Grenze irgendwann überschreitest, bist du halt einfach nicht mehr, und ich sage es einfach so, wie es ist, beziehungsfähig. Weil du kannst einfach nicht mehr zurückbauen. Weil du kannst, das weißt du, du kannst nicht zurückbauen. Das geht nicht. So, und jetzt, ich habe schon überlegt, ja, cheers. Ich habe schon überlegt, zum Beispiel, ob ich mir einen Billardtisch hole, weil mein Wohnzimmer ist so riesig, dass ich mir theoretisch einen Billardtisch da reinzimmern könnte. Mhm. So, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß ganz genau, wie das ausgeht. Das Wohnzimmer ist rammelvoll mit Kameras und dann spielst du Billard, dann holst du dir einen Flipper, dann holst du die Scheiße, jene Scheiße und der ganze Raum ist eigentlich nicht mehr beziehungsfähig. Deswegen habe ich gesagt, okay, Büro, Küche, Feierabend. Mehr gibt es nicht. Nachvollziehbar. Understandable. Also, das habe ich mir, das habe ich hier bei dem Raum, ne? Also, dieser ganze Raum, der ist, das kann, da kann ich machen, was ich will. Und das ist auch eine schöne Überleitung. Ich habe doch beim letzten Mal erzählt, dass ich meinen Küchenstream mal komplett wireless machen möchte, ne? Ja. Also, Epoch Cam, Droid Cam OBS, Wireless-Mikrofon, etc. Hat funktioniert, zu zweit. Also, zwei Wireless-Mikrofone, der Rest alles über WLAN. Keine Probleme, gute Bildqualität, keine Aussetzer, kein Ruckeln oder so. Hat richtig gut funktioniert. Bedeutet, dass ich meinen Küchen-PC wahrscheinlich wieder ein bisschen zurückbaue, was gut ist, weil ich den Platz jetzt in der Küche brauche, weil vielleicht demnächst noch ein bisschen Küchenspielzeug dann dazukommt. Nochmal ein anderes Gerät, nochmal ein bisschen mehr anderes Geschirr, noch ein paar Sachen zum Arbeiten. Weil aktuell habe ich wieder richtig Bock an Kochen. Also, das war mir immer so phasenweise. In einem Moment oder in einem Monat so, da habe ich Bock fast jeden zweiten Tag zu kochen und im nächsten Monat denke ich mir so, naja komm, kannst du auch bestellen, ne? Oder kannst du was mitbringen oder sowas in der Richtung. Das komme ich gar nicht mehr. Das kommt mir jetzt sehr entgegen. Bestellen? Ne, habe ich aufgehört. Das Problem ist, dass ich bei mir hier fast gar nicht bestellen kann. Also, es gibt ein paar Läden, bei denen man ordern kann, aber das ist halt wirklich nicht lecker und das ist wirklich nicht lecker. Das ist wirklich kein gutes Essen. Das ist auch eine Art, wie man sich Essen bestellen abgewöhnen kann. Es gibt halt einfach keine guten Läden hier. Ja, also, das ist jetzt nicht so das Problem, aber ich habe einfach damit aufgehört jetzt. Weil, das ist jetzt meistens so mein Shit, so Salat und Joghurt und sowas alles und das reicht mir ja völlig zu. Ich bin jetzt seit ein paar Wochen so ein bisschen auf dem Vegetarischen, ne? Heute gab es eine Bohnenpfanne mit Tortilla Crunch, Knoblauchschmand und Thymianreis. Und ich habe das alles so einzeln probiert. Ich bin so ein großer Freund von erstmal alles einzeln testen, weil jedes Einzelteil muss halt geil sein. Ne? Also, wenn du so zu Meckes oder sowas gehst, da schmeckt jeder einzelne Bestandteil scheiße. Und es wird nur durch die Soße wird es zusammen zu einem Ding, was man essen kann, so in Anführungszeichen. Aber Meckes ist ja kein Essen, ne? Wissen wir alle. Und ich habe das hier alles einzeln probiert und ich dachte so, ja, es schmeckt schon einzeln ganz gut, aber irgendwie passt das nicht. Und dann habe ich das gegessen und mit jedem Bissen wird es geiler. Also, das werde ich mir nochmal machen. Sehr, sehr gut. Schön. Das freut mich. Wie gesagt, zurzeit wird er richtig Bock auf Kochen. Ich auch. So, nächste Woche geht es auch wieder nochmal mit Veggie weiter und dann schauen wir mal. Ich mache auch diesen Monat nur viermal Fleisch essen, maximal. Ich habe vor ein paar Tagen einmal einen Burger gegessen. Das war so, man war so über den Punkt, ja, was machen wir jetzt? Wie ist das? Ja, komm, ich kann uns noch einen Burger machen. Waren wir unterwegs und der war, der war, der war echt gut. Sagst du? Der war wirklich gut. Der war jetzt kein Witz. Also, jeder sagt ja so, also es gibt ja genügend Menschen, die dann halt zu gewissen Sachen sagen, ja, das können sie total gut machen oder sowas, ne? Burger kann ich. Kein Scherz. Ah ja. Ja. In meiner Küche hängt nicht umsonst ein Burger. Das ist so, das ist so ein Leitbild. Das ist doch gut, wenn du dich damit wohlfühlst. Definitiv. Das ist doch schig. Definitiv. Was ist denn jetzt eigentlich aus deiner Monitor-Geschichte da geworden? Holst du die jetzt, holst du nicht, willst du upgraden, gradest du nicht ab auf deine 240 Hertz? Da hast du ja auch gesagt, dass du mit dem Gedanken spielst. Also, aktuell läuft bei mir noch eine Promo für ein anderes Gerät, das nicht auf 240 Hertz läuft und das läuft auch noch, ich glaube, einen Monat. Also, so lange mache ich das sowieso nicht. Und ich möchte upgraden und das werde ich wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres dann auch tun. Aber ich habe so das Gefühl, dass da jetzt gerade momentan so ein, wie soll ich sagen, dass da so ein Umbruch stattfindet. Also, 360 Hertz-Monitore sind jetzt nicht Standard, aber das ist so, das High-End wurde noch mal weiter nach vorne geschoben, weil es wurden schon 480 Hertz-Monitore angekündigt. Oder zumindest gesagt, das ist das Nächste, was so kommt. Und ich habe gerade so ein bisschen Spaß an DLSS gefunden und ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt als nächstes einen 4K-Monitor brauche, der dann halt eine hohe Bildwiederholfrequenz hat. Aber, verdammte Scheiße, mein Computer könnte das ohne Probleme, ne? Ich könnte jetzt gescheit in 4K spielen, wenn ich mehr Nicht-Competitive-Shooter oder nicht mehr Shooter spielen würde. Kein Witz. Das ist ein Irrglaube. Habe ich auch mal gedacht. Hat nicht so gut funktioniert. Ich würde es halt gerne mal testen, das ist so das Ding. Ich habe letzte Woche Doom ausprobiert, ja? Doom Eternal, habe ich DLSS eingeschaltet, ausgeschaltet, ein bisschen mit den Settings gespielt. Das muss ich noch mal wiederholen. Also beim letzten Mal war das irgendwie, keine Ahnung, also es kamen mehr gute Tipps aus dem Chat, als ich in dem Moment verarbeiten konnte in meinem Gehirn. Und ich habe es halt nicht geschafft mit der 3090 und dem 5950X, dass die Performance halt schlechter wurde. So, das war das Problem. Also Doom ist einfach zu gut optimiert und das ballert halt einfach nur die Frames raus. Und ich spiele halt nur in 1440p. Und da war dann halt bei 160 FPS Ende. So, und ja, was willst du machen? Da kannst du rumstellen, was du möchtest. RTX an, alle Funktionen auf Ultra, Albtraum heißt das, glaube ich. Und das war egal. Es sah halt geil aus und das hat halt die Performance rausgehauen. Und ich würde ganz gerne mal auf einem 4K-Gerät testen. Aber ich werde mir dafür sicherlich nicht irgendwie jetzt einen Monitor kaufen, nur um es auszuprobieren und den dann wieder zurückschicken, weil die Geräte kosten halt einfach zu viel Geld. Und das möchte ich auch nicht machen. Ich möchte es nicht hin und her schicken. Wenn man mal so einen Support hat von so einem Hersteller, der da Bock drauf hat und du kriegst mal so ein Pressegerät mal für einen Monat. Ja, mache ich, bin ich sofort dabei, aber dafür bin ich nicht relevant genug, dass man von so einem Hersteller mal was kriegt. Das kann mal sein, aber da muss ich jetzt nicht mich irgendwie krumm machen oder sowas, nur weil ich das gerne mal ausprobieren möchte. Und wiederum auf der anderen Seite, diese 4K-Monitore, die wirklich hohe Bildwiederholfrequenzen haben, die sind auch schon funky vom Preis her. Die kosten schon eine stabile Ecke, ja. Da bist du bei 4-Stellig schon dabei. Ja, locker. Ich glaube, Aorus bringt welche raus, oder? Die müssten jetzt alle welche rausbringen. Ja, Aorus bringt, glaube ich, gerade welche raus. Das Witzige ist ja, dass es produziert kein Hersteller mehr 1080p-Monitor oder Panels. Das sind ja alles 4K-Panels. Und dann werden die halt nur factory-seitig quasi als 1080p ausgeliefert. Und der Unterschied zwischen einem 1080p und einem 1440p besteht halt schon darin, also jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen ist natürlich dabei, ich bin kein Monitorhersteller. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, einen 1440p-Monitor hast und lässt ihn auf 1080p laufen, der sieht immer unscharf aus. Ja. Weil wenn du jetzt anders gesagt ein 4K-Gerät hast, da passen ja genau 4 Pixel von einem 4K, passt ja in einen 1080p-Pixel rein. Und das wird immer gestochen scharf aussehen. Also wenn ein 4K-Monitor auf 1080p laufen lässt, das wird immer geil aussehen. Lässt du aber einen 4K-Monitor auf 1440p laufen, das weiß ich gar nicht, aber das dürfte auch ein bisschen unscharf aussehen. Und lässt du einen 1440p-Monitor auf 1080p laufen, das wird immer ein bisschen unscharf aussehen. Weil halt eben die Anzahl der Pixel krumm ist und dann muss der eine oder andere Pixel muss halt immer ein bisschen anzeigen oder halt eben nicht anzeigen. Und das wird immer ein bisschen unscharf produzieren. Und 1440p ist eigentlich nur eine Zwischenauflösung, wenn man es genau nimmt. Ist es auch. Zumindest aktuell so, von dem Stand her, ne? Ja, aber ich glaube, das ist so das Optimum, wo du am meisten halt noch rausholen kannst, was Frames angeht, ne? Absolut, ja. Ich weiß nicht, ob man das nachher am Ende braucht, ne? Also das ist ja, also das ist ja wirklich die, 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 wenn du jetzt beispielsweise Doom spielst. Also ich meine, okay, Doom ist ein schlechtes Beispiel, weil Doom ist ja ein Shooter. Aber wenn du jetzt so ein Gamepad-Game zockst im Singleplayer, dann reicht das ja eigentlich auch. Brauchst es nicht. Dann reicht es in 60, ja. So. Ja. Also ich hatte, damals habe ich das auch ausprobiert mit 4K und bei mir hat das nicht so prickelnd funktioniert. Aber es war auch nur eine 1080 Ti. Und wie lange ist das her? Äh, letztes, vorletztes Jahr. Okay, zwei Jahre. Seitdem hat sich schon ein bisschen was getan. Ja, ja. Wenn du sagst, 1080 Ti, also der Sprung, das ist ja eben so das Ding. Wenn du dir jetzt eine fette Grafikkarte kaufst, ne, dann profitierst du nicht davon, wenn du in 1080p oder 1440p spielst. Bei 1440p natürlich schon ein bisschen. Aber gerade bei den hohen Auflösungen, das macht es ja richtig Sinn. Ja, das stimmt. Aber dann bist du ja beim Stream wieder mit Capture-Device und des, das. Welches Capture-Device kriegst du denn 4K 1440 durchgedrückt? Ich glaube, das gibt es noch nicht. Ich glaube, selbst die große Mage-World schafft das nicht. Die Frage ist, ob man das überhaupt braucht. Du, ich habe damals auch einfach nur Windows das Signal dupliziert, ja, und über HDMI wurde dann einfach nur 60 FPS weitergedrückt und das... Screen-Tiering aus der Unterwelt. Ein bisschen. Ja, ein bisschen geht, nee, das geht nicht. Nee. Nee. Dann kannst du einfach nur eine OBS-Version auf deinem Game-PC mitlaufen lassen und einen Projector-Modus. Und ich weiß, du wirst jetzt sagen, ja, der Projector-Modus hat aber auch, ne, seine Nachteile, weil er halt auch nicht so hohe Bild-Version-Frequenz... Ja, das kommt, das kriegt man aber in den Griff. Also geleckt hat er bei mir nicht. Ja, aber du hast dort keine vollen, du hast da keine volle, ähm, wie sagt man denn? Ja, dir wird da nicht die volle Bildmenge angezeigt. Also im Sinne von Frames. Mhm. Ja. Dafür ist er gar nicht ausgelegt. Ich hab früher genau dasselbe, hab ich auch gedacht, ach, scheiße, kannst ja dein Playstation-Bullshit, äh, machst du einfach auf dem Bildschirm, dann brauchst du keine extra Software installieren und das hat halt geruckelt wie Jucke. Und das ist heute auch noch so. Wenn ich jetzt beispielsweise oben bei meinem OBS gucke, äh, wenn ich Autorennen fahre, äh, das lagt halt auch wie scheiße, aber es kommt flüssig am Streaming-Rechner an. Mhm. So, denn, das kannst du halt so, ist halt früher mal eine Lösung gewesen, aber, äh, ich glaube, heute ist das nicht mehr, also, keine Ahnung, wäre ich nicht so ein Fan von. Äh. Ich, ich weiß, was du meinst, die Premium-Lösung wäre immer noch, wenn beispielsweise der Grafikkartenhersteller direkt eine Schnittstelle, ähm, softwareseitig zur Verfügung stellen würde, die man per OBS, NDI oder was auch immer abgreifen könnte. Richtig? Richtig, ne, also wenn der, ich nenne es jetzt mal Raw-Feed in Anführungszeichen oder das reine Bildmaterial, ähm, weitergeleitet werden könnte und das könnte abgegriffen werden. Und soll ich dir was sagen? Wir haben vor ein paar Jahren mal mit Verantwortlichen von einem sehr grünen Grafikkartenhersteller am Tisch gesessen und dann, dann war jedes zweite Wort nur, ähm, Shadowplay GeForce Experience. Und egal, was wir dann gesagt haben, so, ja, das kann das aber nicht. Dann, dann, also, es wurde uns dann relativ schnell klar, dass dann gesagt wurde, so, naja, so, das Interesse besteht nicht darin, sowas zu entwickeln, weil die Zielgruppe, die das nutzen würde, ist halt zu klein. Ja, ja, klar. Na? Ja, die Gruppe, die Zielgruppe ist ja auch, ist ja auch zu klein. Guck mal, selbst wenn du jetzt bei den Capture-Karten mal, mal beigehst, guck mal, wer hat denn so eine, so einen fetten Apparat? Also, wer, wer hat, also ich meine, du hast ja auch eine große Mage-Mail, sag ich jetzt mal, aber wer hat das schon? Wenige. Die meisten Leute geben sich ja mit ihren, äh, ich sag mal Standardlösungen zufrieden. Und jetzt mal Butter bei den Fischen, die Standardlösung ist ja auch gut, die ist ja nicht scheiße. Nee. Die ist nicht, die ist in deiner Qualitätsanspruchswelt nicht ausreichend, das verstehe ich auch. Das hat damit nichts zu tun. Ausfallsicherheit. Das ist nicht ausfallsicher. Also, ich hab jetzt gerade, also wirklich, ich hab jetzt das allererste Gerät in meinem Rechner drin von Elgato, was nicht ein einziges Mal ausgefallen ist. Das erste. Und ich hab sie, die, äh, Cam Link Pro. Der Cam Link Pro, der ist noch nicht einmal ausgefallen. Das ist bei mir genau das Gleiche. Außer, dass der vierte HDI im E-Slot nicht geht, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass einfach nicht genug PCI-Lanes mehr da sind. So, dass der deswegen nicht, nicht anspringt. Soll ich dir was sagen? Das wäre mal sehr interessant zu wissen, ob das, äh, ob das damit wirklich zusammenhängt. Ich hab aber, ich hab keinen Bock, die Schüssel auseinanderzubauen, weil's mich einfach nicht tangiert und ich hab keinen... Ja, ich weiß, aber da kommen wir automatisch hin, ne? Ich mein, das Upgrade kostet wie viel? Dreieinhalb? Ja. Mit Finch Prime können sie Blackbeard V4 finanzieren. Dann steigen sie noch heute ein. Ähm, äh, ja, also es wird wahrscheinlich, äh, so sein, ja, dass das getestet wird. Aber, also mich interessiert das auch, warum der nicht geht. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich hatte mit allen Cam Links Problemen, die ich hatte, außer in der Küche. Und in der Küche liegt's nur daran, dass die Spannung von dem Mainboard einfach, ähm, äh, dass die Spannung auf dem Mainboard nicht hoch, äh, sehr hoch ist. Du hast das aber in, in, äh, bei manchen Geräten musst du noch rumfummeln, dass der die Spannung nicht umstellt und dann sozusagen das USB einschläft. Und bei allen anderen Geräten, die ich hatte, bei diesen alle, entweder nach einer Stunde haben die rumgeleckt oder irgendwelches dummes Delay oder der Treiber war absoluter Schrott. Also, ich hab wirklich sehr viel rumgefummelt, auch mit Avermedia. Ich hab die Scheiße einfach alles rausgeschmissen, weil mich das einfach nur aufgeregt hat. Ja, kann ich verstehen. Deswegen, also, ja, Menschen sagen immer, dass alles funktioniert, aber ich weiß ganz genau, dass es nicht funktioniert. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Weil für Menschen nach einer Stunde, anderthalb das Ding refreshen, für sie irgendwann in Normalität übergeht und das für sie dann in Ordnung ist. Das Gerät funktioniert trotzdem, tut's aber nicht. Und davon gibt es ganz, ganz viele Menschen, die sich gar nicht bewusst sind, dass das eigentlich problematisch ist, aber für sie das okay ist. Das ist genau so, wie wenn du eine Logitech 1029 hast und musst jedes Mal den Weißabgleich neu entstellen. Ja, und das sind dann aber auch die Menschen, die dir sagen, nee, also warum soll ich mir den Spiegelreflex kaufen für 400 Euro? Ja, genau deswegen. Oder das sind auch die Menschen, die dir sagen, naja, warum soll ich mir jetzt eine Elgato-Camp für 200 Euro kaufen? Ja, also, hä? Und weiter? Also, was willst du mir jetzt damit sagen? Mhm. Du kriegst keine Alternative, die dir den Shit speichert, hin und her dödelt und vernünftige Bildqualität hat. Und dann kommen wir ja wieder zu dem Punkt, wie hieß diese Audrey Cam? Orki Cam? Orki irgendwas, ja. Orki 1080p Cam, ja. Ja, also, die schließe ich an und da funktioniert alles. Ja, die sieht aber auch aus wie Kotze. Und da kannst du dann nix mehr einstellen. Ja, die kostet aber nur 50 Euro. Ja, dann kannst du ja auch einfach aus dem Laptop, kannst du ja auseinanderreißen, nimmst dir die Cam, machst hinten USB dran, weil die sind nämlich von Haus aus so, und dann klebst du die am Monitor. Hast du auch genau die gleiche Kamera und hast weniger Geld bezahlt. Ähm, die Orki Cam hab ich mir auch geholt, äh, die gab's für unter 30 Euro im Angebot oder sogar nur, ich weiß nicht mehr, was sie gekostet hat, unter 30, unter 20, also Peanuts, wirklich Peanuts, ne? Hab ich gedacht, komm, für den Preis holst du sie halt auch. Und die ist von der Qualität her auf jeden Fall über der Logitech, hat aber weitere Einschränkungen, ja? Also, die kann man benutzen und die ist nicht schlecht, aber die ist halt scheiße, weil, also die ist okay, aber ich würd sie nicht zum Streamen benutzen, sagen wir's einfach mal so. Ist ja auch alles nicht. Also ich jetzt nicht. Ja, ne, ich sowieso nicht. Mir geht's halt immer, an der Stelle kommen ja oft immer die Gespräche auf, warum sollte ich das tun? Ähm, ist ja, also zum Beispiel, wenn Menschen sagen, also in der heutigen Zeit, naja, ich finde, äh, ich finde, wie heißt das Ding hier, äh, das Helikon, wie heißt denn, das GoXLR, find ich mega geil. Hm. Ja, du hast noch nie was anderes in deiner Hand gehabt. Oder, es ist ja, also, per se ist es ein gutes Instrument, also wirklich für den Preis, und ich weiß auch, dass viele Leute jetzt wahrscheinlich schon fast an die Decke gehen, weil sie das triggern. Es ist schön und gut, dass dieses Gerät vorhanden ist und dass das da alles drin ist für den Preis. Das negiert aber nicht, dass da drüber hinaus noch Dinge existieren, die einfach mal 200-fach geiler sind als die da. Und Menschen, also es gibt viele, die hören irgendwann auf und sind an dem Punkt, wo sie stillstehen und sagen, das ist hier der Übershit. Ist aber gar nicht. Also zum Beispiel würde mir Sorgen machen, in der jetzigen Zeit Sachen zu kaufen, dass die Softwareentwickler weg sind. Das heißt, also da gibt's schon sehr, sehr lange keine Software-Updates mehr. Erstens. Zweitens, wenn ich das Ding in der Hand habe, dann fühlt sich das an, äh, wie, weiß ich nicht, ein Stück Plastik. Wenn ich die Slider hoch und runter schiebe, habe ich immer das Gefühl, ich brauche bloß Gegenschnippen und dann fliegt er weg. So, das sind aber persönliche Ansprüche, äh, die man, die sich halt über die, äh, die sich über die Zeit entwickeln. Und was ich halt immer an der Stelle, äh, schade finde, ist, dass du immer dieses Lager hast, wo keine Akzeptanz ist für Dinge. Also zum Beispiel bei der Elgato-Camp, das ist das Erste, was mir einfällt. Weil, ey, warum soll ich mir für 200 Euro eine Webcam kaufen? Ja, du Vogel, ganz einfach, weil die Scheiße einfach funktioniert. Die steckst du an, du kannst deine Settings machen, die werden da drauf gespeichert und das kostet verfickte 200 Euro. Punkt. Es gibt kein vergleichbares, äh, Instrument, was das kann. Also selbst in der, in der Pandemie, als alle mit Videotelefonie angefangen haben, hat die scheiß C100, äh, C920 hat 160 Euro kostet. Oder du hast die gar nicht gekriegt. So. Und das ist für mich immer so weird, wenn ich dann das Argument höre und das, da, da platzt mir immer komplett dahinter. Ja, dann gebe ich 50 Euro mehr aus und dann habe ich hier auch eine Spiegelreflexkamera. In welcher Welt denn? Mit was denn? Mit zwei Euro Alibaba, äh, USB, äh, zu HDMI-Stick, der aussieht wie Kotze, da brauchst du die Kamera nicht ranstecken. Weil dann hast du mehr, mehr Bildverlust als alles andere. Und das sind immer so Gespräche, da wäre ich immer, ja, ich weiß, sieht aber aus wie Kotze, kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, was meinst du, warum der hier in der Tisch, äh, in der, äh, daneben liegt? Ja. Ist halt immer schwierig. Also ich meine, auf ein Budget bauen ist ja vollkommen okay, ne? Also Budget, ähm, im Budget zu bauen, weil man nichts anderes zur Verfügung hat, ist vollkommen in Ordnung. Aber Menschen das so aufzuquatschen ist halt immer, da wird es für mich immer ganz gefährlich. Da geht es bei Capture-Karten, geht es schon los. Äh, 4K, egal, du reichst vollkommen aus. Ja, 50 Mal abgestürzt, 30 Mal Rechner weg, 50 Mal Bild eingefroren, baust Material ein, nie irgendwas gewesen. Aber meinst du nicht, das ist nicht so psychologisch gesehen genau das Gleiche, wie wenn jemand seine Automarke verteidigt? So, du hast das jetzt gekauft und du willst ja nicht irgendwie schwach dastehen, du willst ja, du willst ja deine, du willst ja mit deiner Entscheidung als, 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 als Gewinner dastehen oder als jemand, der, der auch weiß, was er da gemacht hat, so. Und dann verteidigst du es natürlich, ist doch ganz normal. Warum denn? So, und, aber am, 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 am Ende des, am Ende des Tages hast du, hast du absolut recht, weil, weil, ähm, also den meisten Leuten, mich, mich eingeschlossen, ähm, fehlt natürlich die Auswahlmöglichkeit, ne? Ja, ich hab auch schon mal in einer Band gespielt, ja, ich hab auch schon mal ganz anderes Audio-Equipment gesehen in einem Studio und ja, ich hab auch schon mal, ähm, so, ich sag mal, über den Tellerrand hinausgeblickt. Aber im Normalfall, wenn du anfängst zu streamen und hast ein bisschen Spaß dran und dann guckst du dich um, was haben die anderen denn? Dann orientierst du dich ja meistens an deiner Bubble und dann siehst du, oh, der hat eine Shure SM7B, oh, der hat die Elgato Keylights, oh, der hat die Sony 5100, fuck, die kriegen wir nicht mehr, was kaufe ich mir denn jetzt? So, ne? So, das ist ja der normale Weg, wie man, wie man da so reinwächst. Und dann kommen ja auch die Gedankengänge so von wegen, ah, fuck, das ist aber ganz schön teuer und dann brauchst du auch eine Capture-Card und dann hat er was von einem Akkudummy gefaselt, so, ne? So die Richtung. Also ich sag dir, wie es ist, ich find die Elgato, äh, Facecam, ähm, ich hatte ja das Problem, dass die mal eingefroren ist und, ähm, ich hab, betreib die jetzt seit einer Woche als Zweitcam und sie funktioniert, ohne Probleme. Und das lag bei mir, ich weiß nicht woran. Ich hab sie mit einem anderen Kabel probiert, da lief sie, dann ist sie auch mit einem anderen Kabel einmal eingefroren. Äh, ich hab sie jetzt an einem, an einem anderen Host-Controller angeschlossen, also eine extra Piece Express-Karte und, äh, auch da ist sie einmal eingefroren und jetzt tut sie das seit Wochen, seit einer Woche halt gar nicht mehr. So, also es ist halt für mich auch schwierig, da so eine Empfehlung auszusprechen und zu sagen, so, die ist top, weil, weil ich ja weiß, dass sie bei mir an zwei Computern eingefroren ist und an einem dritten Computer gar nicht. Ne? Und sowas du sagst mit der Bildqualität, die Bildqualität ist auf jeden Fall weit über der Logitech C29, du kannst sie super einstellen und das Geilste ist, wie du schon gesagt hast, du speicherst die Settings halt auf dem Gerät selber. Also das ist wirklich ein, ähm, allein schon, also das ist ein Alleinstellungsmerkmal für eine USB-Webcam, die, äh, seinesgleichen sucht. Du brauchst keine Software. Einmal eingerichtet auf deine Lichtverhältnisse, nie wieder anfassen. Ja. Das ist top. Äh, wegen der, wegen der Automarke. Ich denke, es ist nicht, es ist nicht schlimm zu sagen, ey, okay, scheiße, es gibt was Besseres so. Also wenn jetzt, ähm, wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, du Nils, ich glaube, ähm, du hast mit deinen ganzen Sony-Kameras ein bisschen übertrieben, hier als Beispiel hast du eine Z-Cam und die kann alle diese Funktionen beispielsweise, hat sie nicht, also darf man mal abgesehen. Und der würde sagen, hier, das würdest du für 400 Euro kriegen, würde ich sagen, okay, kacke. Aber dann kann ich, also für meinen Teil kann sagen, wenn wir es jetzt anhand von Kameras machen würden, ich benutze mein Leben lang Sony, bin da wahrscheinlich auch irgendwo ein Fanboy drin und kaufe mir die Sachen ein. Und trotzdem ist es valide, wenn Menschen das, äh, anbringen, wenn es denn ident von der Qualität ist. Aber man hat ja in der heutigen, äh, also jetzt wirklich in der, in der jetzigen Zeit, ist es ja nun mittlerweile so, dass Menschen anfangen Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Also schon allein dieser, der, also der Kämling verglichen mit Alibaba, schieß mich tot. So, dieser Vergleich ist einfach schon, der ist, der ist so unsinnig, weil schon alleine die Farbtiefe, äh, weil die Farbtiefe nur unterschiedlich ist. Der Farbraum ist ein unterschiedlicher, äh, dieser ganze Kram, deswegen kostet die Scheiße ja auch mehr als die andere. So, und wenn du dich da hinsetzt, dann ist es vollkommen legitim, einen für zwei Euro zu kaufen, wenn dir die Qualität ausreicht. Das negiert aber nicht das andere Produkt und seine Daseinsberechtigung. So, und dass du den ganzen Bullshit, äh, wie bei, bei Apple, äh, logischerweise alles in, in dem Ecosystem benutzen kannst, das fällt dann immer weg. So, und dann sitzt du halt immer da und denkst so, na, rede ich mit einer Wand? Was vergleichst du denn jetzt hier gerade? Also, was soll das denn? Das ist doch Quark. Oder wenn jemand um die Ecke kommt, warum holst du dir denn kein GoXLR für deinen Racing-PC und lässt die Strippe, die USB-Strippe von deinem großen Mischpult weg? Und dann sitzt du da und denkst so, na, warum, warum soll ich denn das tun? Magga, ich hab hier ein 800-Euro-Mischpult unterm Stil, was dasselbe kann. Und viel mehr in noch viel, viel besser. Also, wozu denn? Das heißt aber nicht, dass ich Menschen sagen würde, naja, Leute, wisst ihr, das GoXLR ist eigentlich Kacke, weil das GoXLR für das Geld, was du bezahlst, gut ist. Es ist qualitativ nicht mein Anspruch, aber es ist gut für das, was es kann. Heißt aber auch nicht auf der anderen Seite, dass das Gerät, was ich mir jetzt verbaut habe, dass das andere negiert. Das ist ja immer dann eine Preisfrage. Heißt aber auch nicht, dass ich bis aufs Blut das verteidigen würde. Weil ich könnte verstehen, wenn du mir jetzt sagen würdest, naja, Nils, ganz ehrlich, was soll ich mit 30 Ein- und Ausgänge? Was soll ich mit dem ganzen USB-Plunder? Was soll ich mit dem ganzen Wireless-Bullshit so? Ich brauch das ja nicht. Mir reichen GoXLR. Dann sag ich, na gut, alles klar, kauf doch da einen, Alex. Oder man sucht eine Alternative, ein kleineres oder was auch immer. Aber die Gespräche atmen in letzter Zeit, also nicht in letzter Zeit, aber je älter wir werden, atmen die immer in so sinnlose Argumentationsketten aus. Ja, auf dieses Rumdiskutieren, da habe ich auch keine Lust. Das ist mir auch egal, wer was benutzt. Ich benutze das, worauf ich bei mir Bock habe und wovon ich überzeugt, also was ich ausprobieren möchte. Ich probiere halt auch ganz gerne mal was aus. Also jetzt, wie gesagt, dieses Waffle XL-A-Ding. Mir ist bewusst, dass das bis zu einem gewissen Grad für mich auch ein kleines Risiko ist, das so aufzubauen. Thema Ausfallsicherheit, du verlässt dich dann auf ein USB-Gerät, womit deine Stimme in den Computer kommt. Und USB-Geräte bin ich halt nicht so ein großer Freund davon, aufgrund meiner Erfahrungen in der Vergangenheit. Und um bei dem Thema von dem GoXLR mal zu bleiben, ich finde das Gerät grundsätzlich sehr gut für den Preis, was es kann. Ich habe es selber noch nie in der Hand gehabt, deshalb kann ich da wenig zu sagen. Aber wie du auch schon gesagt hast, soweit ich das verstanden habe, wird es keinen Nachfolger davon geben. Da gibt es immer mal wieder Gerüchte dazu, ob es doch was kommt oder nichts kommt oder sowas. Was wohl daran liegt, dass, und jetzt korrigiere mich, du weißt das besser, dass die Menschen, die das entwickelt haben, nicht mehr Teil dieser Firma sind. Genau, die machen ihr eigenes Ding gerade. Die machen ihr eigenes Ding. Und das kann halt noch ewig dauern, bis da das nächste Ding kommt. Und dann ist es halt schwierig, wenn man diese Information hat oder zumindest denkt, man weiß, was da jetzt gerade passiert, zu sagen, ja, das ist eine gute Empfehlung. Weil dann hast du halt alles aus einer Hand, wenn jemand sich so ein Teil kaufen will und will halt fünf, sechs, zehn Jahre damit Ruhe haben. Vielleicht kommt bei Windows 11, brauchst du irgendwie eine Softwareanforderung und es dauert Monate, bis ein Update kommt. Wir wollen es nicht hoffen und wahrscheinlich wird das auch nicht passieren, aber die Möglichkeit besteht ja. Das beste Beispiel daran, Entschuldigung, wenn ich da kurz reinredsche, was mir Sorgen machen würde, wäre Windows 11, USB-Sound, irgendwelche komischen Updates und da kommen keine Treiber mehr. Du bist halt gefickt. Was willst du machen? Was willst du machen? Hier. Da ist nichts mehr. Ja, hast du für 300 Euro im Gerät da stehen und keiner entwickelt daran mehr was. Und das ist der einzige Grund, warum ich jetzt aktuell sagen würde, weil überlegt habe ich auch schon mal, mir einen zu holen und das mal auszuprobieren, weil die USB-Funktion ist ja wirklich schon lecker. Miam, miam, miam. So. Why not? Also Spielekram, Regler und so ein Shit, alles einfach mal zum, ich wüsste zwar nicht, was ich damit will, aber vielleicht für die Küche oder was weiß der Gehe. Ich habe da gerade so eine kleine Leuchte über deinem Kopf aufgehen sehen, so. Oh, ich muss kurz mal was gucken. Ich bräuchte es. Kannst du machen, kannst du gar nicht machen. Aber es ist ein Trugschluss anzunehmen, dass nur weil du eine bessere Bild- oder auch Tonqualität hast, dass dir dann mehr Leute zugucken. Also in den meisten Fällen gucken dir Leute wegen Personalität zu. Ja, eine gute Tonqualität, müssen wir nicht drüber reden, ist wirklich, wirklich geil. Und keiner hat mehr Bock, dass du dir so ein Billo-Headside auf dem Kopf hast mit der üblichen miesen Soundqualität. So, ne, da hört man auch nicht gerne zu, keine Frage. Aber bist du jetzt quasi der Überflieger, der ein paar tausend Zuschauer halt irgendwie hat, ist es scheißegal, ob dein Stream mit einem letzten Billig-Handy gemacht wird. Weil da guckt man halt eben nicht wegen der Qualität zu und das alles passt, sondern weil du halt eben der bist, der du dann halt bist, so, ne. So, und ich hab das schon oft gehört in der Vergangenheit, die letzten Jahre, dass man dann doch sehr enttäuscht war, obwohl man so viel Geld in den Stream gesteckt hat, dass da nicht der Durchbruch kam oder dass nicht mehr Zuschauer hängen geblieben sind. So, das interessiert die Zuschauer nicht. Ja, man ist eine gewisse Grundqualität gewohnt und das wird dann auch angenommen, dass das dann halt gemacht wird. Aber es zwingt dich keiner in 1080p60 zu streamen oder dir noch extra ein Stream-PC hinzustellen, auch weil das ist natürlich schön auswahlsicher. Und das ist auch für mich jetzt demnächst wieder sehr schön, dass man halt mal eben sein Game-PC mal wieder neu starten kann oder mal irgendwas rumbasteln kann oder so, ne. Das werde ich auf jeden Fall genießen, aber brauchen, nein. Du brauchst nicht, also man sollte sich immer bewusst sein, also wirklich jetzt, man sollte sich immer bewusst sein, dass, wie Jim schon sagt, du brauchst davon gar nichts. Du brauchst keine, du brauchst nicht mal eine Kamera. Du musst ja nicht mal dich selber darstellen. Wenn du unterhaltsam bist, dann kannst du machen, was du willst. Wenn du aber diese Knete ausgibst, dann sollte es für dein Hobby sein und für dich selber, aber nicht für einen Stream, weil das bringt dir gar nichts. Wenn dein Stream, und das klingt jetzt so hart, wie es ist, und damit meine ich mich auch selber jahrelang, wenn dein Stream scheiße ist, ist dein Stream scheiße. Da kannst du noch was für eine Scheiße, da kannst du einen scheiß Lamborghini in dein Büro stehen haben, da interessiert kein Schwanz. Wenn du langweilig bist, bist du langweilig. Auch in Full HD bist du immer noch langweilig. Und du klingst auch immer noch genauso, egal ob du klingst wie Whitney Houston herself, das interessiert auch kein Schwanz, wenn du langweilig bist. Interessiert halt. Ich habe mal eine Zeit lang, war das mal so bei so einer bestimmten Gruppe so ein bisschen irgendwie angesagt, dass man an die Webcam-Position, hat man so ein Bild von einer leicht bekleideten Dame, halt eingeblendet. Und die eigene Facecam war zwar auch zu sehen und so weiter, und dadurch, dass man das in der Vorschau gesehen hat, sind vielleicht ein paar mehr Leute bei diesen Menschen halt reingegangen. Und die waren, also der erste Effekt war halt, oh, es hat funktioniert, es gucken mir mehr Leute zu. Und der zweite Effekt war, alle waren wieder weg, weil die Erwartungshaltung wurde halt nicht erfüllt, so, ne? Ja. Konnte nicht delivered werden, so. Nun, aber dann bist du Full-HD-langweilig, ja. Dann bist du Full-HD-langweilig, ja, das bringt dir aber auch nichts. Das wird mein Streamtitel morgen sein, Full-HD-langweilig. Der ist gut, ja. Full-HD-60-langweilig. Aber das ist halt so, wenn ich da, wenn ich mal an mich selber denke, ich hab jetzt so angefangen mit, keine Ahnung, mit so einem i5 und was heute da ist, ist halt, ja, also mir fällt halt immer mehr auf, dass man das gar nicht braucht. Es ist halt so Komfort. Es ist halt einfach Komfort, den man irgendwann hat, so. Und, äh, also ich kann auch Menschen mittlerweile verstehen, die das nicht machen, also, das war früher für mich immer super schwer nachvollziehbar. Äh, ist heute manchmal auch noch relativ schwer nachvollziehbar, dass man, dass man das nicht unbedingt hat. Mich triggert das aber aus der Unterwelt. Ich sag's so, wie es ist. Ich hab letztens mit Sonja, also Milchbaum, ihre Sachen eingerichtet. Maga, ich hab fast mein Handy vom Balkon geschmissen. Ehrlich. Also, wirklich, im hohen Bogen. Psch, ich konnte mir das nicht angucken. Nee, bei Jen hab ich das auch gemacht. Also, ich krieg da, das für mich, also, es gibt wenig Sachen, die mich triggern, aber da muss ich mich echt immer zu, also, ich telefoniere, nur noch so. Und dann lass ich mich das beschreiben, weil ich das, boah. Boah. Woran hat's gehapert oder was passt denn nicht? Nur mal so, kleiner Spoiler. Naja, was ich halt immer an der Stelle nicht, also, ich mag alle, ne, also, ich hab mit denen immer kein Problem, aber dass die alle immer kein Geld ausgeben wollen für ihre Zuschauer, das regt mich immer übelst auf. Da rass ich immer aus, dann sagst du denen, ja, musst du vielleicht, wenn du das, äh, Schuhe 7M, äh, das, das Schuhe benutzen wir 7, ne, SM, SM, SM7B, dann wär vielleicht mal nicht schlecht, wenn du noch einen Cloudlifter benutzt. Damit das nicht klingt wie Scheiße. Ja. Was? Was? Ja, okay. Ja, der andere hat das auch nicht. Ich sag ja, der andere benutzt das ja aber auch nicht im vollen, vernünftigen Umfang, so wie es eigentlich sein sollte. Boah, das ist wie viel zu teuer. Also, nur, nur kurz, um reinzunörden, der Cloudlifter oder auch ein Fathead, ähm, der hebt halt quasi, ähm, also, der, 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 der pusht das Signal ein bisschen. Der macht so und so viel Dezibel mehr, 22, 25, 27 Dezibel mehr. Genau. Also, der fette Cloudlifter, ne, so in der Richtung. Das ist also quasi wie so eine Art Verstärkung. Und bei Mikrofonen, die sehr leise sind, also, zum Beispiel, das, das, mein Mikro ist auch relativ leise, ne, aber nicht so leise wie das Schuhe SM7B, da macht es Sinn, dass man nicht nur in der Live-Situation, sondern halt auch, äh, hier in der, in Anführungszeichen, Studiosituation, äh, dann halt noch so eine Art Vorverstärkung hat. Oder du hast halt ein, wirklich ein fettes Mischpult mit wirklich guten, lauten, in Anführungszeichen, starken Vorverstärkern, äh, drin, die das dann ausgleichen. Und wenn du dann das nicht hast, dann, aber dich dann wunderst, warum dein Mikro dann doch irgendwie rauscht, so, dann wird's halt schwierig, ne? Mann, ja, das ist ja das Ding, die sitzen halt alle da, weil es auch gerade jemand, äh, bei mir im Chat schreibt, äh, dass das cohe XLR hat, und hätte es nicht, hätte es einen Grundrauschen. Und dann sitzen die Leute immer da, na, warum rauschen das so? Und dann sitzt du da und denkst dir so, ich hab dir doch gesagt, kauf das Ding, damit du das nicht hast. Oh, das find ich immer so schade. Also, das ist so das Einzige, was mich wirklich ein bisschen triggert, dass die Menschen einfach nicht, nicht mal den kleinsten Komfort sich holen. Sie haben noch nie im Leben an diesen so, oh, geil, Komfort ist ja, Komfort ist ja richtig lecker. Ja, das verstehe ich immer nicht. Ich meine, du brauchst es halt wirklich nicht, bräuchtest du nicht, ne? Also, ich meine, den Forsen könnte wahrscheinlich auch mit einer 10 oder 20 und immer noch, hat er, glaube ich, immer noch sein komisches Gurken-Headset auf, so ist alles okay, ist cool. Das ist halt auch irgendwann so sein Ding, weißt du? Ja, das ist natürlich, deswegen macht er das auch. Sonst würdest du ja irgendwann auch nochmal upgraden, so. Ich meine, überleg mal, wie lange es Hammett mit einem Steel-Series Siberia V2 gestreamt hat. Ewig und drei Tage, oder mit einem Headset, so. Das hat ja auch länger gedauert, bis ich das gemacht habe, so. Aber das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht dazu da, wie sagt man denn? Also, es ist halt schon der Komfort, den du dir dann damit besorgst, so. Und die Leute regen sich halt immer auf. Wie viele, wie viele Menschen da draußen? Wie viele Menschen da draußen stellen immer noch vor jedem Stream ihre Logitech 10 oder 20 an? Jeden Tag. Und sie regen sich immer und immer wieder darüber auf und beheben es nicht. Du redest jetzt aber über Menschen, die täglich streamen und nicht nur als Hobby. Ja, es gibt auch Menschen, die als Hobby dieses Ganze machen. Und dann können die sich ja trotzdem, sag ich mal, also jetzt geht's ja mit der Elgato-Cam, kannst du dir ja trotzdem dann dieses Problem wegmachen, so. Also ich weiß ja, vielleicht bin ich da, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht eine andere Zunftmensch bin, aber Probleme sind da, um sie zu lösen und nicht sich drei Jahre darüber aufzuregen. Also alles, was bei mir nicht funktioniert, wird instant behoben. Weil dich das einfach nur, also sagen wir mal, nee, weil mich das einfach belastet. So, und die Logitech-Kamera, da hab ich, glaub ich, da hab ich mit ein Ja, hab ich mich da mit rumgeschlagen. Und dann war die weg. Weg. Pschsch. Weg war sie. Und dann hab ich mit der Canon hier, Legre, hab ich gestreamt. War mir scheißegal, hauptsächlich war weg. Damit ich nicht jeden Stream vorher Weißabgleich einstellen muss. Warum bist du denn so blau heute? Ah, ich hab vergessen, den Weißabgleich einstellen muss. Der Greenscreen funktioniert nicht. Hm, der Weißabgleich. Ja. Ja, zum Kotzen, kenn ich auch noch. Fuck, ein Greenscreen mit einer 10, 9 oder 20 benutzen, da wird mir ja alles fehlen, Alter. Ja, aber, aber vergiss nicht, dass gerade, sagen wir mal, vor fünf, sechs Jahren oder sowas, da gab's gar nicht so diese große Auswahl. Das stimmt. Es gab kaum USB-Webcams, es gab welche, es gab ein paar von HP, es gab ein paar China-Handys, es gab ein paar China-Webcams und es gab halt ein paar von Logitech und egal, was Logitech rausgebracht hat, das war also für mich nie gut. Ich hab alle ausprobiert, ich hab mir immer alle neu gekauft und jetzt mach ich einen Cut, wenn Logitech eine neue Cam rausbringt, kauf ich sie mir nicht mehr, weil geht halt nicht. Was Logitech auch sehr gut kann, sie rebranden das Produkt immer wieder. Das ist unfassbar, es gibt von der Logitech 10, 9, 20, gibt's bestimmt fünf oder sechs verschiedene Versionen. Ja. Dann hast du einmal so eine Plastikklappe davor, neues Modell, dann wird das halt vor Gamers oder vor Streamers rausgebracht, so, ja. Es ist derselbe Sensor, es ist dieselbe Kamera. Dieselbe Scheiße, grün. Ja. Und du kannst es immer noch nicht einstellen. Nein, natürlich nicht. Und welche Kamera mich am meisten triggert? Und das weiß mein Chat auch, das ist die Logitech Brio. Also die hat mir, ich glaube, also einige graue Schläfen hier eingebracht, ja. Also die hat mich wirklich, wirklich geärgert. Ich hab die zweimal gehabt. Die erste hab ich mir selber gekauft, direkt als sie angekündigt wurde, hab ich die mir auf der Logitech-Webseite direkt bestellt für 170 Euro, glaub ich, weil das halt eine Kamera sein sollte, laut Aussage Logitech 1080p, 60 FPS. Und das konnte sie auch irgendwie. Aber sie sollte außerdem noch 4K können. Und dann installierst du die und richtest alles ein und du denkst dir so, oh geil, da, 4K, 4K, es geht, es geht, es geht. Startest ein PC neu, danach fehlt diese Option. Die kann es halt einfach nicht. Nicht mit der Windows-Kamera-Software, Windows-Kamera-App oder sowas, nicht in OBS, nicht in der originalen Logitech-Software, sie kann es halt einfach nicht. Ja, und es fehlen auch irgendwelche Farbräume oder irgendwie so ein Scheiß, das wird einfach nicht dargestellt. Ich hab das auf, ich weiß nicht, wie viele ein Computern ausprobiert und die Kamera kann es einfach nicht. Egal welcher Anschluss, also egal welcher USB-Anschluss, egal welches Kabel, egal was, einfach nicht gut. Und jetzt kommt der eine, also bei mir funktioniert das einwandfrei. Ja, es gibt sogar mehrere Leute bei denen, die funktionieren. Kennt ihr hier Cracky von Ravioli zum Beispiel und auch die ganzen Jungs von Ravioli, die die Kamera benutzen, die sagen dann, naja, du musst halt den richtigen USB-Port finden. Und ich denk mir so, Digga, ich hab jeden USB-Port an meinen Computern ausprobiert. Es kann durchaus sein, dass meine gesamten Mainboards nicht wirklich kompatibel dazu sind. Aber dann darf doch eine Firma wie Logitech dieses Produkt nicht so verkaufen, sondern das muss doch dann ein Hinweis darauf sein, von wegen so, naja, du kannst unter bestimmten Anschlüssen, wenn das und das und das gewährleistet ist, dann funktioniert das. Aber ansonsten ist Fallback auf 1080 irgendwas, mehr geht dann halt irgendwie nicht. So und, nee, also, und bei denen läuft die Kamera auch. Und wirklich, es gibt genügend Leute, bei denen die Brio auch funktioniert und die macht auch eigentlich ein ganz okayes Bild. Was bei der Brio halt auch witzig ist, die wird halt von Haus aus sehr warm, wenn man die 60 FPS laufen lässt und das gesamte Gehäuse, ich glaub, das ist so eine, keine Ahnung, Magnesium-Verbund-Legierungsscheiße oder ich weiß nicht, was das für ein Gehäuse ist, ne, irgendein Ding oder so ein Druckguss, das ist der Kühlkörper. Und der wird halt auch sehr warm und das ist immer schon ein schlechtes Zeichen. So und dann hab ich die Kamera noch ein zweites Mal gehabt und dachte so, oh geil, neue Version, neue Revision vielleicht, ne, war meine einfach nur ein bisschen buggy, weil es aus der ersten, aus der ersten Satz war sozusagen, ne, und nein, die gleichen Fehler, zwei Jahre später. Yeah! Aber das war halt die Logitech-Brio-Stream-Cam-Edition oder so. Ich hab das, ich hab zwei 10 oder 20 Jahre, hab ich beide verschränkt. Hab ich beide weggegeben. Für, für lau, hab ich nicht irgendwas, soll ich dir da hier nimm, nimm mit, geh weg. Bei mir gibt's vielleicht ein Video auf meinem Kanal, dass man auf Twitch nicht mehr live nachstellen dürfte, wie ich vielleicht einmal eine Logitech-Cam erschossen habe. Mit Airsoft oder? Mit einer Airsoft, ja. Da hab mir, da hab ich von einem Zuschauer ein Paket bekommen, so ein Zombie-Survival-Paket, da war alles mögliche drin, total geil. Das ist bisher das ungetoppt geilste Paket, das ich jemals bekommen habe, ne. Und da waren halt alle möglichen Sachen drin, die man für so ein Zombie-Survival braucht, ne, von einem Regen-Poncho bis hin zu, hier, so einer Konservendose Spam, ne, kennt man ja. Und unter anderem war da halt auch so eine einfache Airsoft drin. So und dann dachte ich so, ja gut, so auf so eine Webcam schießen, was kann da schon passieren? Da ist ja eh eine Plastiklinse vor. Ich schieß da vor. Selbst vor der Logitech 29 ist quasi ne Sicherheitsglas-Kleines Plättchen vor. Und naja, das sah halt dann schon sehr scheiße aus, wie das kaputt gegangen ist. Aber die Kamera hat überlebt. Im ersten Step. Das ist wirklich, also es ist ne Frechheit, dass die Scheiße immer, das Ding ist halt, weißt du, Logitech baut immer noch dasselbe beschissene Dreckslenkrad, was früher geil war. Heute Neuauflage 520,12 und es ist immer noch derselbe Scheiß da drin. Die Kamera durchweg, ich glaub, Logitech hat's noch nicht ein einziges Mal hinkriegt. Also würde ich mir anmaßen, zu sagen, dass die auch das immer noch nicht geschafft haben, dass sie ihre Kameras einstellen können. Auch nicht mit der wunderschönen von der Streamerin, mit der sie da jetzt werben. Funktioniert die Scheiße wahrscheinlich immer noch nicht. Haben sie irgendwas Neues gemacht, außer Tastaturen und Mäuse? Ich glaube nicht. Der Rest war immer alles Müll. Findest du die Logitech-Tastaturen und Mäuse gut? Ich hab die nicht benutzt, ich weiß nicht. Ich bin halt so seit, weiß der Geier wie lange, schon mit Corsair-Sachen unterwegs und äh... Ich hab wirklich ohne Scheiß, also Headsets, wenn ich jetzt überlege, da ist immer die Ohrmuschel irgendwie abgebrochen oder Mikrofone waren komisch, Kameras... Weißt du, wie viele Menschen, also du weißt das, 100 Pro, weißt du, wie viele Menschen denen schon geschrieben haben, dass sie bitte die verfickten Settings speichern wollen von der Kamera? Alter, da kannst du bis in 2012 zurück ins Internet gehen. Da gibt's die ersten Forum-Threads dazu. Bis heute. Und da hat ein Admin drauf geantwortet. Bis heute. Ja, ja, klar. Überlegt dir das mal. Bei Logitech im offiziellen Support-Forum hat dann 2012 jemand geschrieben, ey, euer Weißabgleich funktioniert nicht in der Software, ne? Also hier ein normales Support-Ticket aufgemacht oder eine normale Support-Anfrage. Und der Admin hat dann zurückgeschrieben, unironisch, so, ja, das geht schon, aber man muss halt eure... Unsere Software muss man mit Admin-Rechten starten. Und das ist die offizielle Aussage von Logitech halt, ne? Es gibt nicht mehr dazu. Ja. Ich hab früher sehr, sehr gerne die Mäuse von Logitech benutzt, ne? Also vor der, ich sag jetzt mal, typischen Internet-Zeit so, ne? Also bevor das mit YouTube losging und den ganzen Tag scheiß. Da war ich ein echt großer Freund davon und ich glaube, ich glaube nach wie vor, dass die Mäuse und Tastaturen, also die, die ich bisher in den Finger gekriegt hab, die finde ich auch noch super, ne? Keine Frage. Ähm, aber was so Webcams angeht, schwierig. Diese eine Tastatur zum Aufklappen, ich glaube, die, die war auch von Logitech, diese graue. Zum Aufklappen? Du meinst mit dem Display oben? Ja, ja, ja. Das war, glaube ich, der Shit. Ich weiß nicht, wie die heutigen sind, keine Ahnung, aber die sind, die sind echt, äh, echt krass. Ja, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Aber, warte mal, warte mal, warte mal. Schlimm genug, dass es so Streaming-Coaches, äh, irgendwelche GitHub-Skripts empfehlen, um die Cam-Config zu speichern und mit einer Excel jeden Tag wieder neu zu laden. Problem, aber kreativ um Gang, ne? Ah, äh, 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 okay, okay, ja. Mein Chat sagt, die Tastatur, die meins war die G15. Die hab ich nicht gehabt. Genau, die G15, ja. Hm. Welche Webcam empfiehlst du? Leute, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Und das meine ich wirklich todernst gerade. Todernst. Sucht euch einen alten Laptop, rubt den auseinander, nimm die Kamera raus, pappt dir die an deinen Monitor, macht da ein Kabel dran, steckt das an deinen Rechner, reicht völlig aus, kostet die 5 Mark. Ehrlich jetzt, meine ich wirklich ernst. Twitch Prime ist... Diese Kameramodule kannst du auch für Apple und i bei Ebay oder bei AliExpress kaufen, ne? Oder, oder das, ja. Also, kannst du auch machen. Da gibt's genug Videos, die das, äh, äh, die das, äh, möglich machen. Ist nicht das Geilste, also es wirklich nicht... Ne, ne, ich wollte gerade sagen, die Bildqualität wird dann schon eher, äh, bescheiden aussehen, ne? Es reicht halt für, es reicht halt völlig für den Anfang. Also, es reicht halt wirklich für den Anfang. Bevor du denn nachher 200 Euro für deine erste Webcam ausgibst, kannst du dir sowas halt holen. Weil mit der scheiß Logitech hast du nur Stress. Mit Microsoft, äh, genau dieselbe Kacke. Und diese Orki, diese Orki-Sache ist genau dasselbe. Äh, Microsoft, wie hieß die Kamera noch? Live HD oder so? Weiß ich nicht. Live Cam, Live Cam HD. Ah, ich hab auch noch so eine. Ich hab noch eine richtig gute 720p-Webcam. Das war meine allererste. Die hab ich aber nicht zum Streamen benutzt. Das war so, war so irgendwie mit... Irgendwem wollte ich dann Videotelefonie machen vor weiß ich nicht wie vielen Jahren. Und dann hab ich die im Mediamarkt, nee, im Saturn. Nee, es gibt ein... Kennst du den Laden Medimax? Ja. Dann bin ich in Medimax gefahren. Das war der nächste Laden bei uns. Und dann hab ich mir diese Kamera gekauft für, ich glaub, 50 Euro oder so. Dann bin ich nach Hause gefahren und dann guckst du halt auf die Verpackung und denkst dir so, ah, das ist eine gute Kamera. So, schöne Bilder da drauf. So, schließt du an und denkst dir so, das kann jetzt nicht deren Ernst sein. Das ist immer so zwischen Präsentationen und mein Gott, das war eine Kamera. Aber sie funktioniert auch heute noch. Hier. Ich habe sieben Jahre die C270 und noch nie Probleme gehabt. Ja. Wahrscheinlich hast du noch nie den Weißaufgleich eingestellt. Oder in die Settings reingeguckt. Oder du bist wirklich ein ganz besonderes Unicorn. Was vielleicht sein kann. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich hatte davon jetzt so viele Dinger und mit so vielen Leuten darüber gesprochen und alle hatten dasselbe. Also ich bin fast der Meinung, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht der Fall ist, dass das bei dir funktioniert. Glaube ich nicht. Also wenn der Anspruch halt irgendwie ist, die Kamera muss nur laufen und ein Bild bringen, dann sind diese Kameras völlig okay. Ja. Aber da müssen wir nicht drum herumreden. Und wenn man die Logitech C29 für ganz normal Videocalls braucht, weil der Chef das halt haben will und du kriegst das Ding halt gestellt oder du kriegst es halt billig hinterhergeschmissen, ist das Ding völlig okay. Hast du aber das Ding zum Streamen und möchtest halt die bestmögliche Bildqualität haben und reproduzierbar jeden Tag gleich, dann wird es schwierig. Dann wird es in der Logitech-Welt wirklich schwierig. Also ich maße mir nicht an, dass ich alles verstehe, aber ich habe halt jede einzelne Scheißkamera von Logitech der letzten Jahre gehabt und das war, ich hätte meine Zeit auch anders verbringen können. Das habe ich mir bei so vielen Dingen schon gesagt. Ich hätte meine Zeit schon, mit Windows, ist immer wieder das beste Beispiel. Was ich früher vorhanden durchsucht habe, und dies, das, ananas, nach Problemen, Lösungen, Reck-Edits, den ganzen Scheiß, was ich in meiner Lebzeit an Zeit verschwendet habe, für den Bullshit. Boah. So viel. Also gerade, als das mit dem Streaming-Rechner losging, boah, was habe ich mich mit der hardware-media-live-gamer-extreme-light, wie auch immer, die Scheiß-Eis rumgeärgert. Alter Falter. Boah. Also diese Capture-Karte hat bei mir eine Zeit lang echt gut funktioniert und eine Zeit lang echt gar nicht funktioniert. Und mein Highlight war so, von einem auf einmal an den Tag, sie hat einfach kein Bild ausgegeben und diese LED leuchtete hineinander an Farbe. Und ich habe alles versucht und das gab kein, alles neu gestartet, alles resettet, alles neu installiert, bla, bla, bla. Keine Chance. Nichts geändert, am nächsten Tag eingeschaltet, lief. So, weißt du. Und du steckst halt einfach nicht drin. Zum Thema Kamera kam aus meinem Chat gerade noch, wie wäre es, wenn man einfach eine Cam aus dem Handy nimmt. Also die Sache mit den Handycams, das geht ja auch schon seit ein paar Jahren. Das ist ja nicht erst seit gestern, dass man mit Droidcam oder anderen Tools halt per USB anschließen oder auch per WLAN oder wie auch immer das Ganze runterziehen kann. Also ich habe immer früher bei den Handys gesagt, ich hätte da so meine Bauchschmerzen, wenn du, sagen wir mal, so im Schnitt fünf, sechs, acht Stunden am Tag streamst und machst das einen ganzen Monat. Was passiert dann mit dem Handyakku? Wenn der permanent ein bisschen entladen wird und wieder geladen wird und wieder entladen wird. Weißt du, das ist so eine Dauerschleife. Wird der warm? Können die Handys das ab? I don't know. Da bin ich kein Experte drin. Und es gibt ein paar Leute, die mir natürlich bestätigt haben, nee, nee, ich habe noch ein älteres Handy genommen und das funktioniert auch ganz gut. Aber da habe ich wirklich keine Erfahrung drin. Nee, das weiß ich auch nicht. Weil natürlich macht ein Handy in der Regel, also auch direkt die richtige Kamera ausgewählt, macht natürlich schon ein gutes Bild. Keine Frage. Und wenn das funktioniert, dann funktioniert das halt. Ja. Ich habe meine allererste 5100, habe ich zum Beispiel gegrillt. Da habe ich den Sensor-Hubby genommen. Wie hast du das geschafft? Dauerbetrieb. Die 5100? How? Naja, irgendwann lässt das Ding halt auch mal nach. Ja, wenn du 10, 12 Stunden das Ding am Tag läuft? Ja, habe ich seit Jahren. Also ja, wenn man da so hintergreift, man merkt schon, dass da eine gewisse Temperatur herrscht. Und es gibt auch, oh, das ist auch witzig, wenn man nach DIY-Projekten für die Sony 5100 sucht, findet man, dass man da so hinten so Kühlrippen aufkleben kann und so eine Scheiße. Habe ich aber nicht gemacht, weil das bezieht sich hauptsächlich auf den Movie-Modus. Also wenn man damit, die Kamera hat ein Problem, wenn du damit Vlogs aufnehmen willst, dann überhitzt die sehr schnell. So ungefähr in einer Viertelstunde schaltet die sich aus, wie man das von Handys auch kennt. Wenn die zu heiß werden, dann sagen die einfach so, ups, ja, sorry, geht gerade nicht mehr. Musst du dich erst abkühlen. Und das war auch das größte Problem oder die größte Sorge, die ich hatte, als ich mich mit der Sony 5100 beschäftigt habe. Und alle Streamer haben mir dann gesagt, so nein, gar kein Problem. Und dann habe ich schon gesehen, dass die Kamera bei denen nur in 30 FPS lief. Und da dachte ich so, naja, wer weiß, vielleicht hast du das Problem ja nicht oder vielleicht hast du es doch. Und dann habe ich meine ersten Vlogs damit aufgenommen, die Kamera ist ausgegangen. Ich habe die Kamera als Streamcam benutzt, keine Probleme. Selbst bei 40 Grad Außentemperatur, wenn es richtig stickig hier drin war, nie ausgefallen. Kein einziges Mal. Habe ich auch schon hingekriegt. Die habe ich auch schon hops genommen. Also hier sind alle, nee, bis auf die neue, nee, bis auf die neue sind alle schon mal wegen Hitze ausgegangen. Krass. Mhm. Da hat auch Elgato schon vor Jahren eine echt gute Kompatibilitätsliste ins Netz gestellt, also auf ihrer Webseite, wo man nachlesen konnte, welche Kamera überhaupt als kompatibel eingestuft wird, weil sie zum Beispiel Clean HDMI Output hat. Die Seite wurde auch aus dem Reddit immer verlinkt, irgendwie also von Elgato und die findet man heute noch. Die ist sogar mittlerweile richtig gut erweitert worden. Und da kann man halt irgendwie sehen, okay, du hast eine Canon Kamera, alles klar, die Canon Kamera hat Clean HDMI Out, aber du kannst sie nicht im Dauerbetrieb benutzen. Oder sie überhitzt, oder, oder, oder. Richtig gutes Teil. Ja. Weil wenn du jetzt zum Beispiel so eine DSLR oder, oder, keine Ahnung, irgendeine Systemkamera halt benutzen willst, es gibt halt so mehrere Sachen, auf die man achten soll. Erstens, hat sie einen HDMI Ausgang? Wenn ja, kann man über den HDMI Ausgang Clean ausgeben oder hat man diese typischen Anzeigen von der Kamera da mit drauf? Also die ISO, keine Ahnung, und die ganzen anderen Werte, sowas in der Richtung. Und dann kann man sie irgendwie im Dauerbetrieb benutzen. Also gibt es eine Möglichkeit, dass man sie zum Beispiel per USB mit Strom versorgt? Das geht zum Beispiel mit den neuen Kameras in der Regel ganz gut, mit den alten aber eher nicht so. Also manche gehen, die meisten aber nicht. Und dann kann man beispielsweise mit dem Akku-Dummy nachhelfen. Da baust du dann halt, also gibt es von Originalhersteller oder halt eben diese China-Böller zum Nachbestellen. Da steckst du halt so einen Akku halt rein, der mit dem Kabel verbunden ist. Und das Kabel geht halt in den Netzteil und versorgt die Kamera permanent mit Strom. Ja. Mit Spannung. Mit Spannung, sagt man, ne? Spannung, ja. Ja. So, und wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, ist es eigentlich, also, ne, dann kann es halt immer noch passieren, dass die Kamera halt einfach überhitzt, weil, ne, so ein großer Sensor produziert halt auch ein bisschen Abwärme. Ja. Ja. Das ist schon ganz cool. Die 6400, die hat das auch regelmäßig gemacht am Anfang. Ja, jetzt macht es das nicht mehr. Bist du da mit den Werten runtergegangen oder hast du getunt? Nö. Ich hab, äh, Sony war so clever, die haben mittlerweile Überhitzungsmodus drin. Das heißt, den kannst du reinmachen, äh, dann läuft das Ding länger und, äh, ich geb nicht mehr ein 4K aus, Live-Preview. Obwohl ich das gerne wollen würde, aber es, äh, geht nicht. Ja. Wird halt so warm. Bei dir fand ich am spektakulärsten, als du diese Z1-Kamera hattest. So dieses, äh, okay, du rollst schon mit den Augen, okay, okay, aber ich fand das wirklich beeindruckend, weil das war halt, das wäre halt so, wenn alles funktioniert hätte, du kannst es mir gleich erzählen, ähm, wäre das ja quasi die beste Lösung gewesen, oder? Hm. Also, das war das schärfste Bild, was ich je gesehen habe. Also, wirklich, ich hab noch nie eine Kamera gesehen, die so ein scharfes Bild gibt. Also, das Ding bräuchte, hätte theoretisch Anti-Lizing gebraucht. So scharf war das. Ohne Witz. Also, wirklich, kein Witz. Du hast jedes Barthaar, konntest du einzeln zählen. Ehrlich. Das war richtig krass. Aber was hat wieder, was haben sie wieder nicht gemacht? Autofokus im Live, äh, also in der Live-Preview gibt es nicht. In der Aufnahme ist es drinne, aber bei HDMI Out ist es nicht drinne. Das ist bitter. Naja, das war richtig scheiße. Richtig kacke war das, sag ich dir. Ich hab sie immer noch hier. Ich kotze. Ehrlich. Ich kotze. Sie ist so geil, aber ich, ich kann sie nicht verwenden. Es ist so nutzlos, dieses Ding. Weil du kannst sie jetzt nicht mal als Zweitcam benutzen, aber so zum Quatschen, weil musst du ja jedes Mal einen Fokus einstellen. Oh, das geht. Das Schlimme ist denn, du kannst den Fokus nicht am Dings einstellen. Geht auch nicht. Du musst jedes Mal mit der App connecten. Nee, nicht mal. Du musst, äh, du musst mit WLAN auf das Ding connecten, um sie dann scharf zu stellen. Dann benutze sie doch in deiner Küche als Topcam. Ja, bringt ja nix. Ich muss sie ja jedes Mal wieder auf den Fokus stellen. Ach so, ja, das ist natürlich Abfuck, klar. Ich muss mich jedes Mal damit, du, ganz ehrlich, wenn die, wenn das weit genug weg wäre, äh, so in der Range, wo es einfach automatisch fokussiert wäre, dann hätte ich die ja schon rangezimmern, aber geht halt nicht. Ich meine, ich kann es mal probieren. ich kann es mal probieren, ob ich das, ob ich die so hoch kriege, dass die automatisch, also dass sie standardmäßig fokussiert ist, aber das ärgert mich wirklich so sehr, weil die Kamera ist schön klein, kompakt, da ist so ein Sigma-Objektiv dran, das ist wirklich mega geiles Bild, aber meine Fresse geht mir das auf die Eier. Das, ich weiß auch nicht, warum die da nicht dran gedacht haben. Das war ja, das war ja so ein, das war ja so das Projekt, ne? Also es gab ja mehrere, mehrere Camps davon, meine ich, und dieses Projekt war, dass man halt eben eine Camp für, jetzt hilft mir, war das direkt für den PC gedacht oder war das, hatte das irgendwelche anderen Filmmaker-Ideen? Weiß nicht. Naja. 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 Nee, nicht keine Sony ZV1, sondern eine Z-Camp. Ihr wartet kurz, das Ding. Das ist so eine kleine, rote Kamera, HDMI-Ausgang, äh, kann auch direkt damit aufnehmen, hat ein Wechselobjektiv drauf, ähm, war nicht ganz günstig, ich meine, das wäre so eine Art, ja, guck da, so ein Ding. Ne? Sehr kompakte Bauweise, so, so in der Richtung. So. Ja. Sehr geil. Ja, ist es auch. Es ist blöd, wenn dann solche Nachteile überwiegen, ne? Braucht man nicht drüber reden. Ja, was heißt der Nachteil? Das ist halt, ja, ich meine, ohne Scheiß, das wäre, also wirklich, die war preislich gesehen, ist das die, die günstigste Webcam mit so einer Qualität, aber dadurch, dass sie keinen Autofokus hat, ruiniert die ganze Kamera. Und der Prozess, und der Prozess, bezahlt? Mit Objektiv oder ohne? Hm, beides. Äh, das Objektiv hat, äh, 316 gekostet, und die Kamera hat 415 gekostet. So. Und das ist wirklich das schärfste Bild, was ich jemals aus meiner Kamera gesehen habe. Kein Witz. Also wirklich jetzt. Ich habe noch nie in meinem Leben Barthaare zählen können. Also ich habe jetzt gerade eine 6400er dran. Ich stream da hinten mit einer Sony A7 III. Die schaffen das beide nicht, so ein Bild auszugeben. Aber sie ist leider nutzlos, weil kein Autofokus. Scheißgerät. Regt mich bis heute auf. Macht mich wahnsinnig. I hate it. Ich hasse dieses Drecksding. Ich würde es am liebsten eigentlich wegschmeißen. Dann, äh, verlose es, verschenke es, vergib du es. Nein. Das Ding kriegst du nicht mehr zu kaufen. Das ist Gold wert, das Teil. Das ist genau der Punkt dabei. Wenn man bei Ebay so schaut, was die Preise teilweise aufrufen, wenn mal einer eingestellt wird, das ist schon krank. Das Ding hier ist Gold wert. Das sage ich euch. Also das kannst du bestimmt locker in der Kombination für 1.5 kannst du das verkaufen. Locker. Das ist doppelt so viel wert, mindestens schon. Kriegst du halt nicht mehr gekauft. Heftig. Heftig, heftig. Also ich habe mir lange Jahre darüber Gedanken gemacht, wie ich mein Bild irgendwie verbessern kann, als ich noch mit den USB-Webcams hantiert habe, als ich damals in der alten Wohnung noch war. So, da habe ich irgendwie immer so drei USB-Webcams dran gehabt. Ich habe immer eine Kamera hier gehabt, die ich in die Hand nehmen konnte zum Zeigen und so. Und das ist ja auch, das hat ja auch eine ganz andere Dynamik, als wenn du immer nur in deinem Standard-Overlay bist und hast hier oben irgendwo deine Cam so. Und ich fand das immer, ich fand das bei vielen Streamern früher immer so ein bisschen in Anführungszeichen langweilig. Der Content von anderen Leuten geht mich nichts an. Aber ich fand das immer so ein bisschen langweilig, dass 99 Prozent aller Streamer quasi nur zwei Overlays haben. So, Stream startet gleich und meine Hauptszene. So, mit dem Game. Und ich hatte schon immer so den Ansprungszeichen, den Anspruch. Ich wollte schon immer eine Szene haben, wo ich dann groß zu sehen bin, dass das ganze Bild sozusagen nur ich bin. Dann so eine typische Gaming-Szene und dann noch so mehrere weitere. Das habe ich mir irgendwie früher mal angewöhnt und das werde ich auch nicht mehr los. Also das ist so, da habe ich halt Bock drauf. Und dann hast du halt ein Ding zum durch die Gegend schleppen, eine hier, eine da, eine zum Gucken, eine zum Machen. So, ja, die Z-Kamera E1, so heißt sie. So, es gab auch noch eine E2, meine ich, ne? Später, ja. Und dann war das halt super frustrierend, wenn dann so eine Firma wie Logitech was Neues anpreist und irgendwie sagt, ja, wir bringen jetzt die Lösung raus und ich habe immer nach 1080p60 geschielt, so, wie gut sieht die Cam aus und ich weiß nicht, wie viele Stunden wir in meinen Streams damit verbracht haben, Vergleichsvideos anzugucken und immer wieder uns neue Releases anzuschauen und dann bringt, Razer bringt die Kio raus, weißt du, die mit diesem Ringlight vorne drauf, so, ne? Die kann aber nur 720p60. Mein Gott, das wäre die Chance gewesen. Aber die neue Razer Kio Pro geht schon so in die Richtung von der, also von der Bildqualität her, von der Elgato Facecam, kann aber nicht die, soweit ich weiß nicht, die Werte direkt drauf speichern. Ist aber auch keine schlechte Kamera. Kostet aber auch knapp 200 Euro. Ne? Also das ist halt eben so diese Marschrichtung, die da halt angestrebt wird. Weil offensichtlich sind Streamer ja auch mittlerweile eine Zielgruppe, die man als große Firma ansprechen möchte, ne? Nicht verkehrt. Sony! Please! Ja, und dann frage ich mich, warum sieht Canon das nicht? Warum sieht Sony das nicht? Warum bringen die nicht so ein Produkt raus, das irgendwo zwischen 400 und 800 Euro liegt und einfach, weißt du, du musst doch nur mal mit 10 Streamern reden. Worauf legt ihr bei eurem Bild wert? Soll ich dir sagen, warum? Ja, weil die zu viel Geld mit anderem Scheiß verdienen. Weil denen das sowas von dermaßen scheißegal sind. Weil wir so eine kleine Nische sind, dass denen das total Wumpe ist, ob ich jetzt hier acht Sony-Kameras habe oder nicht. Ist denen egal. Ja, natürlich ist denen das egal. Klar, keine Frage. Die kaufen die Scheiße so oder so. Die brauchen das nicht mehr. Das beste Beispiel, worauf man das sieht, war die Canon Leria Mini X. Davon gab es zwei Versionen. Die Mini und dann später die Mini X. Und offensichtlich hat dieses Produkt irgendwelche anderen Produkte von Canon irgendwie untergraben oder torpediert oder sowas. Und offensichtlich ist nie eine weitere Version davon rausgekommen. Eine V-Log-Camp mit einem guten Bildstabilisator, mit einem wirklich guten Bild, weil die Cam hat wirklich auch einen schönen Ton, auch ein Stereo-Mic, richtig gut. Aber die Bildqualität ist halt vor ein paar Jahren, als hier Simon Unger, die halt quasi der YouTube-Welt vorgestellt hat, da war das wirklich gut. Bildstabilisierung hatte ich zwar auch, aber nur wenn man in diesem, also die Kamera sagt zwar, dass es der gesumte Modus, aber in Wirklichkeit ist das quasi der ungesumte Modus, wiedergibt. Und auch nicht wirklich viel. Also das ist kein Bildstabilisator, wie man den wirklich benutzen könnte. Und dann musste die ja auch jeder sofort haben. Selbst davon ist kein neues Produkt aus dem Haus rausgekommen. Es gibt mittlerweile V-Log-Camps, keine Frage, hier von Sony die, wie heißt sie jetzt, ZV1, glaube ich? Ja, genau. So ein Ding. Aber so eine richtige eierlegende Wollmilchsau gibt es halt einfach nach wie vor noch nicht. Das ist echt schade. Wobei die ZV1, glaube ich, auch nur ein Rebrand ist von der RX-Reihe. Ja, das ist auch nur von der RX-Reihe so ein Rebrand, glaube ich. Die RX100, meine ich, ist doch so eine 1000-Euro-Plus-Kamera, oder? Ja, da habe ich auch die. Aber das ärgert mich heute noch, ne? Ich habe leider Gottes, weil ich, ich hatte ja letztes Jahr, hatte ich ein bisschen Probleme, weil Corona hat reingekickt, keine Messen und so. Ich habe eine 5100 verkauft, ich habe zwei Sony-Objektive verkauft und ich habe meine RX100 Mark 5 verkauft. Ich habe noch nie so sehr geweint. Noch nie. Boah. Ich habe die, also ich habe die wirklich jahrelang, jahrelang habe ich mir das alles so zusammengespart und mein ganzer Schrank war voll mit Sony-Sachen und ich musste die echt leider abgeben. Ging nicht anders. Ärgere ich mich heute noch drüber. Die hätte ich auch gern wieder gehabt, meine RX100 Mark 5. An die RX-Kamera-Serie kann man externe Mikrofone anschließen, richtig? Ja. Und die hat eine Bildstabilisierung. Ja. Und der Nachteil davon ist, dass der Akku nicht eine Stunde oder so hält, sondern nicht ganz so lange, aber damit kann man schon arbeiten. Genau. Mhm. Ja. Ich meine, Ranzratte hätte die Cam auch. Früher gehabt, ja. Nicht die Mark 5, aber ja, früher gehabt und das, was er da rausgezaubert hat an Qualität und Ton, fand ich echt gut. Die ist wirklich krass. Vor allen Dingen hat die in die Hosentasche gepasst. Ja, ja, so eine Point & Shoot halt, wenn du nicht ein externes Mikro dran machst. Ja. Schon not bad. Und dann guckst du dir mittlerweile so Bildaufnahmen, Videoaufnahmen von den aktuellen Handys an, Apple oder halt auch aus der Android-Welt oder so und das hat so was von aufgeholt. Meine Fresse. Es kommt nicht an diese Qualität ran von den Systemkameras oder von so einer Point & Shoot, aber da fehlt nicht mehr viel. Ja, nee, also das ist halt, also ich muss da jetzt mal ganz kurz intervenieren, okay? Also, es ist halt die Leute, die dir immer sagen, ja, ich brauch nichts anderes aus, mein Handy kann ja alles. Ist okay. Ist alrighty. Aber halt mal den Ball flach. Sobald du... Das ist immer wieder bei der Qualitätsgeschichte, ja, ja. Halt mal den Ball flach, okay, die Sonne scheint draußen, du bist in einigermaßen optimalen Lichtverhältnissen, okay, alrighty. Aber gehst du nur einmal kurz in die Richtung von einem Schatten, wo ein bisschen weniger Licht ist, da hört es dann nämlich schon wieder auf. So, und da muss man halt auch immer mal sagen, ja, ist krass, wenn Licht da ist, aber dann ist halt auch einfach auch eine Logitech 10 oder 20 krass. so. Und das ist immer so, das ist halt einfach immer so der Unterschied, wo Leute, finde ich persönlich, ein bisschen zu viel untertreiben, äh, übertreiben. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt in meinen Flur gehen würde und ich würde in meinem Flur, wo nur ein bisschen Tageslicht von außen kommt, mit einem iPhone, was ist das jetzt hier, 11 pro Max ein Foto mache und alle so, ja, ganze Cam, Junge. Ja, äh, nee. N-n. Und da ist halt ein Point and Shoot macht das schon ein bisschen noch einen kleinen Unterschied, weil, also ich sag mal so, ein Gerät, was prädestiniert ist für eine Aufgabe, erfüllt diese eine Aufgabe auch jederzeit. So. Und da ist halt so, ja, ist krass, aber auch nicht so krass. Handys mit 300 Linsen hinten dran, ne, und die Leute feiern das halt immer ab und denke ich mir immer, wisst ihr was, ist schön, ist alles tippitoppi, so eine Kamera wird das aber auch nicht ablösen, so. Also für deine Kinderbilder draußen im Garten, easy. Super easy, kannst du machen. Vielleicht, wenn du auch in deinem Studio sitzt, so wie wir jetzt und du hast Licht und es ist wirklich Licht da, geht das auch. Aber so ein Sensor, ne, so ein Sensor- und Softwarebearbeitung kriegst du auch aus der größten Gülle nichts rausgeholt. Faktisch. Ich hab, die letzten Events, auf denen ich gewesen bin, hab ich halt auch immer nur mit meinem Handy aufgenommen. Da bin ich meistens, zum Beispiel auf der, war das nicht sogar die TwitchCon? Kann das sein. Da bin ich dann einmal mit so einem Stubby durchgelaufen, ja, und hab mit dem OnePlus-Handy einmal durchgelaufen, alles aufgenommen und hab das dann ungeschnitten hochgeladen, weil du dann den Zeitvorteil mitnimmst. Die Leute, die zu Hause sitzen, die warten dann quasi auf die ersten Videos von den Events, TwitchCon, Gamescom, whatever oder sowas, ne, und dann spielt es keine Rolle, dass die Bildqualität nicht so geil ist und dann ist es halt auch so ein ungeschnittenes Erlebnis. Also das war geil, weil du dann auch alles hinter dem Gerät gemacht hast und dann auch davor die Gamescom. Ich hab dann mit meinem Handy aufgenommen und hab das dann, ich bin dann mit jemandem hingefahren, der hat mich dann auch, keine Ahnung, zum Hotel zurückgefahren und dann hab ich, wir waren 45 Minuten im Auto unterwegs, war halt viel los, so, ne, da hab ich während der Fahrt hab ich das auf dem Handy so leicht gecuttet, ein bisschen geeditet und so weiter, die Sachen zusammengefügt, noch Intro davor, dies, das und so weiter, hab das gerendert, hochgeladen, als ich, also es war fertig, als ich dann quasi im Hotel war. Das hat natürlich keinen qualitativen Anspruch auf wirklich gut abgemischt, noch Colorgrading hab ich gar nicht gemacht, ne, und auch kein, auch der Sound passte nicht so hundertprozentig, aber dafür war es halt verdammt schnell da. Ne, also ich hab mich, ich fand das früher immer so schwierig, wenn du, keine Ahnung, fünf Monate nach der Gamescom lädt jemand seinen Vlog zur Gamescom hoch, so, da denk ich auch so, ja, Digga, die Gamescom ist fünf Monate her, es interessiert keine Sau mehr, so halt, ne, aber ich verstehe, natürlich, wenn du diesen qualitativen Anspruch dazu hast und sagst, das muss eine gute Qualität haben, was auch schön ist, keine Frage, ja. Alex, also, äh, wo sind die 13 Hardcast-Folgen bei YouTube gerade? Interessiert ja auch schon wieder keine Sau mehr. Ist korrekt. Entschuldigung, der musste sein, der passt da einfach so gut, verzeih mir, Alex. Ähm, ich hab aber auch übrigens mit einem iPhone und einem Gimbal auch schon mal ein Werbevideo gedreht, so, also, das geht auch, kannst du kaschieren und wie du, wie du schon recht hast, es gibt halt, äh, wisst ihr, ist es, ich sag mal, also mittlerweile sag ich immer, ne Kamera mitzuhaben, ist besser als keine Kamera mitzuhaben. Welche es am Ende ist, ist egal, hauptsächlich transportiert die Emotionen. Und ich sag mal so, ich mach auch viele, mittlerweile sehr viele Bilder mit meinem Telefon, weil meine große Kamera da halt hängt, äh, ähm, weil man, weißt du, wie sehr mich das ankotzt, Alex? Jetzt ohne Scheiß, mich triggert das, dass meine Fotokamera nicht griffbereit ist. Das regt mich auf. Also ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich mir noch ne zweite Vollformat kaufe, damit ich ne Fotokamera habe. Mich wirklich, mich macht das wahnsinnig. Wie wär's, wenn du einfach nur für deinen Racing Rig von hinten eine Topdown-Kamera besorgst, die deinen qualitativen Anspruch hin entspricht, aber diese Vollformat nur noch dafür benutzt, wofür du sie ursprünglich mal gekauft hast. Das geht ja auch. Ich hab ja, naja, hier hängt ja ne Sony hinten am Sitz dran. Also wenn du das hier mal siehst, da hängt ja ne Sony dran schon. Aber das ist halt, das ist halt, äh, die Kamera, wo es halt aussieht, als wenn du mit im Auto auf meinem Kopf drauf sitzt. So. Jetzt ist aber das Problem an der Sache, dadurch, dass das Vollformat ist, ist der Bildausschnitt halt größer, als wenn ich mir ne Sony 6000 holen würde. Weil dann müsste ich die Sony 6000, äh, die Sony 6000 hätte aufgrund des Objektives, äh, einen kleineren Ausschnitt, weil das ist ja Vollformat, das ist Vollformat, nur das andere ist dann kleiner und ich weiß nicht, ob das passt. Wie wär's, wenn du, wenn du ne Sony 6000 nimmst, dich einfach nach nem anderen geeigneten Objektiv mit dem entsprechenden leichten Fisheye oder halt eben entsprechend größeren Ausschnitt? Ich bin dann, ey, ich bin da nicht im Thema, ich versuche hier nur Lösungen zu bringen. Ja, die Lösung ist gut, aber das wird finanziell einfach schon wieder richtig viel und das ist scheiße. Also wirklich, weil die Objektive, also das hier, was da dran hängt, ist auch, damit ich nämlich auf, äh, 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 24 Millimeter, komme, häng, da dran, äh, zwölf? Ist zwölf? Ja, zwölf, glaub ich. Irgendwie sowas in dem Dreh. Und das wird es halt einfach, irgendwann sind das Unmengen, verstehe ich so? Hm, ich versteh schon. Ich hab das schon zusammengeklickert, Alex, das ist nicht so, als hätt ich das nicht gemacht, aber diese Liste, also dafür, dass ich mir dieses Jahr nichts kaufen wollte, ist meine Liste sehr lang. Also man könnte meinen, mit 3000 Subs würde ich auch 3000 Subs Geld ausgeben. Ehrlich jetzt. Also ich hab so einen qualitativ hochwertigen Anspruch an die ganze Scheiße und mich triggern so Kleinigkeiten, wie das die Kamera da hängt. Also das wirklich mich ärgert das. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr mich das ärgert, dass meine Fotokamera, die ich zum Fotografieren haben will, ich möchte meine Katzen halt auch oft mal voll mit der großen Fotografieren und du, dann sitzt du da und drehst das wieder ab und dann kannst du da kein Quick Release ran machen, weil der Quick Release stört nachher beim Fotografieren, weil du das wieder da nicht drauf machen kannst. Und das sind so alles so Kleinigkeiten, wie bei der Logitech Kamera, das ist scheiße und das will keine Sau. Das will keine Sau. Das ist unpraktisch. Oh. Reg mich auf, Alex. Das ist schwierig. Aber du hast recht, ich muss mir wohl eine noch besorgen, dann noch eine weitere 6.000. Ey, wenn die Z-Camp wenigstens gehen würde, weißt du, dann würde mich das doch nicht stören, dann würde ich sagen, ach scheiße, ich mach das Ding hin, aber ich hab einfach gar kein Bock, die verfickte App jedes Mal zu benutzen. Das regt mich auf. Das regt mich auf. Warum mich der Quick Release stört? Weil die Kamera ein L-Bracket dran hat, damit ich die halt sowohl hochkant als auch quer in mein Stativ machen kann. Wenn ich mir unten dran jetzt aber einen Quick Release ran machen würde, dann müsste ich jedes Mal den Quick Release abmachen, damit ich das ins Stativ reinschieben kann. Und das nervt mich. Und außerdem musst du dann jedes Mal die Kamera neu positionieren, jeden Tag aufs Neue, wenn du die abgenommen hast. Und dann kommt noch dazu, dass du sie jedes Mal wieder gleich einstellen musst. Sprich, du musst jedes Mal ein ISO einstellen und den ganzen Scheißen hab ich keinen Bock drauf. Das ist stressig. Das ist unnötiger Bullshit. Kann ich bestätigen, das will man nicht. Also sein Stream-Setup macht wirklich am meisten Spaß, wenn man es, wie du das bei dir schon so oft beschrieben hast, einschaltest und es läuft. Und du musst es nicht irgendwie noch tausendmal einstellen. Stell dir mal jetzt jetzt wirklich, versuch mal jetzt wirklich, kommt mal kurz mit auf eine Reise. Ich beschreibe euch das kurz mal, ja? Also ich mache, wenn ich den Stream starte, müsste ich theoretisch theoretisch alle Steckdosenleisten anmachen, ich fahre alle PCs hoch und sagen wir jetzt einfach mal, ich hätte nicht den Komfort, den ich jetzt habe und ich müsste eine Kamera einstellen, zwei Kameras einstellen, drei Kameras einstellen, vier Kameras einstellen. Jedes Mal, jedes Mal, wenn ich den Stream starte, müsste ich das machen. Es gibt genügend Menschen, die machen das jeden Tag. Oder, sagen wir mal, das mit dem Sound, dass man irgendwelche in Windows so irgendwelchen Quatsch hin und her dödelt. Oder das ganze, das ganze Licht, sagen wir einfach mal, du hast Fernbedienung für das Licht, beispielsweise. Und das kommt auch noch dazu. Und du müsstest das jedes Mal machen. und das machst du 365 Tage im Jahr. Da wirst du wahnsinnig irgendwann. Also du wirst wirklich wahnsinnig. Oder es gibt ja auch super viele Menschen, die ihre Setups in den Küchen immer aufbauen und ihre Rechner hin und her tragen. Da wirst du irgendwann wirklich, glaub mir, du wirst wahnsinnig dabei. Du wirst einfach wahnsinnig dabei, weil du es so oft machst, dass das einfach, dich fickt das einfach irgendwann an. Weil du willst nicht jedes Mal 30 Minuten, bevor der Stream anfängt, gucken, ob alles funktioniert. Aber das ist dann wieder so eine typische Studiosituation. Entschuldigung, wenn ich da ins Wort falle. Aber das ist ja die typische Studiosituation, wie in einem echten Studio auch gearbeitet wird. Die drücken nicht auf den Knopf und dann läuft alles so. Dann muss jeder Kameramann noch mal alles einstellen, gucken. Der Tonmann sagt, jo, alles klar, wir haben Sound. Der Lichtmann sagt, jo, nee, alles klar, warte mal eben kurz messen. Nee, hier ist noch ein bisschen mehr da. Vollgas, hier ein bisschen weniger so. Das wird ja gemacht. Können Sie auch anders lösen. Ja, gebe ich dir recht. Und beim Streaming ist es natürlich geiler, wenn du einschaltest und go und gib ihm. Und ich kriege auch die Krise, wenn ich dann merke, dass irgendein Windows-Update dann dafür gesorgt hat, dass OBS die Audioquelle nicht mehr kennt. Kennst du auch, ne? Du machst ein fucking Windows-Update und es hat sich nichts geändert. Das Device heißt exakt gleich, zumindest bei uns. Unsere Beschriftung, unser Alias ist gleich, aber der Interrupt hat sich geändert oder keine Ahnung, was ist es. Es läuft halt intern auf einer anderen Bezeichnung oder so und dann sagt OBS so, ne, also diese Soundquelle, die du da vorher drin hattest, die gibt's hier nicht. Die ist rot, ja. Gerät nicht gefunden. So, und du klickst es an, Dropdown-Menü und du hast ja dann meistens ein, zwei Mikrofone oder jetzt in deinem Fall wahrscheinlich ein paar mehr dann da so, ne? Klickst es wieder an und schwupp, der Sound ist wieder da. Ja, toll. Und das sind First-World-Problems. Das ist wirklich nicht schlimm. Nee, nee. Für mich ist es ein First-World-Problem. Nein, ist es nicht. Nein, nein. Aber ich möchte es, ich lasse mich ausreden, aber ich will es halt auch nicht haben. Für mich ist das ein First-World-Problem, aber solange man das umgehen kann, kann ich es umgehen. Also wenn ich meinen ganzen Scheiß einfahre, dann, also meinen kompletten PC hier hochfahre, das mache ich ja zum Testen jetzt immer noch, mit einem Sprachbefehl, und dann geht die Steckdose an, der PC fährt hoch, hier ist alles an und im Prinzip zum Streamen schalte ich meine beiden Kameras, die hier in Griffreichweite sind, pernt ein, weil die sollen nicht die ganze Zeit Strom kriegen, das wird für mich jetzt keinen Sinn machen, auch wenn ich die natürlich auch nochmal über eine zweite Steckdose nochmal befeuern könnte, das ginge auch, dann mache ich mein Licht an und dann gehe ich live. Also ich trage vorher noch einen Titel ein von meinem Stream, so und da habe ich irgendwie so den Anspruch, dass ich jeden Tag einen anderen Titel finde, der irgendwie zum Tag passt oder zu dem, was ich machen will. Ich möchte nicht, ich fand das vorher mal so schlimm, wenn Leute irgendwie so, einfach nur in ihrem Titel geschrieben haben, 1080p, 60fps, Full HD Gameplay, voll geil Leute, und das war immer dergleich, so, das wollte ich halt nicht haben, also da hatte ich so den Anspruch, dass ich immer irgendwie was reinschreiben wollte, was auch Lust macht, oder die Situation beschreibe ich, einen Scheißtag abschreibe ich rein, ich habe einen Scheißtag, geh weg, so halt, so was mit dabei, und das ist dann, das ist dann so mein, 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 das Ritual, was man vorher macht, so dieses, dieses Hochfahren, ne, also ich habe das mittlerweile, ja, ich weiß, bei dir ist es weniger, ne, ist alles cool, aber das ist so mein Ritual vor dem Stream, und dann bin ich auch zufrieden, das ist dann nicht, da muss ich dann, und mittlerweile, ich habe mir extra noch, das Audio Mixing von OBS, extra noch wieder ins Hochformat gelegt, und neben den, neben das Preview Window gelegt, damit ich das auch sofort sehe, dass da kein Output drauf ist, so, also ich habe, ich habe dann so mein, so mein eigenes, mein eigenes Workflow entwickelt, wie mir dann sofort auffällt, dass es ein Problem da ist, ne, also ich mache nur, ich mache nur noch den Streamtitel, das war es, wie gesagt, finde ich super, brauche ich bei mir jetzt aber nicht, ne, wenn es mehr wird, überlege ich mir auch wieder Lösungen, wie es einfacher wird, ähm, ja, ja, ich finde es wahnsinnig, mich macht es schon wahnsinnig, dass die Kamera da hinten, leider Gottes, ist mein Kopf von der, von meiner Lampe, die über dem Monitor oben hängt, mein Kopf zu hell ist, dass die Kamera den Autofokus nicht automatisch auf den Monitor kriegt, und ich einen Knopf drücken muss, und kurz drehen muss, damit der Fokus da ist, das ist aber auch nur okay, weil ich das nicht jeden Tag machen muss, ansonsten, naja, das würde mich wahnsinnig machen, oh, weil die so viel Shit verbaut ist, kann man, also, ne, wenn ich in die Küche streamen gehen würde, und ich müsste jedes Mal da drüben alles aufbauen, der würde mich wahnsinnig werden, ich sag dir, ich sag dir auch, ich habe mehrmals, äh, die vergangenen Jahre, also jetzt die letzten Monate, die letzten ein, zwei Jahre sicherlich nicht, aber ich habe die letzten Jahre, diverse Streams mal nicht gemacht, weil der Aufwand des Aufbaus, dann abgeschreckt hat, ne, in der alten Wohnung war das auch ein Problem, da, äh, wollte die Mitbewohnerin nicht so viel Technik in der, in dem Rest der Wohnung haben, was man auch nachvollziehen kann, Thema beziehungsfähig und so, ne, und, äh, mein Büro war locker 10 Meter entfernt von der Küche, vielleicht sogar 15, I don't know, und da war das halt noch ein bisschen schwierig mit Kabellängen, USB-Kameras, und wie machst du das über die Küche, heute wirst, heute hatte ich eine Lösung dafür, ne, aber du baust dann in der Küche alles neu auf, jedes einzelne Mal, ne, das mache ich heute auch nicht mehr, ne, 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 einfach nein, einfach nein, ne, so, und für meine, für meine, ähm, Küchenlösung, mit, jetzt, wie ich das hier mit den Handys mache, also, ja, ne, ich finde das soweit gut, wie es gelöst, also, ne, ja, das ist, der Aufwand ist halt da, Handy 1 starten, also, die App starten, okay, Clip ins, in das Stativ, Handy 2 starten, also die App, Clip ins Stativ, Wireless Cam an, Licht an, reicht, so, und das, das ist auch, für mich völlig okay, ich weiß dir, dass dir das zu viel ist, für mich ist das völlig okay. Das ist auch in Ordnung, also, wie gesagt, ich verurteile das auch nicht, äh, also, ich verurteile das wirklich nicht, ich hab, äh, ich muss aber auch, also, ich muss wirklich ehrlich gestehen, ich hab dafür aber auch, mehr als, ein halbes Haus, zu Hause. Dessen bin ich mir aber auch bewusst so, also, das wird mir jetzt immer mehr klar, weil ich werd ja auch immer älter, und ich mach das ja schon ein paar Jahre, und, äh, ich hab halt nicht wirklich sehr viel für mich gewirtschaftet, sondern, ich hab halt, mir das immer schön geredet, und hab ins Unternehmen investiert. und, äh, es ist für mich komfortabler, also, so, dass ich vielleicht jetzt aktuell einmal im Monat einen schlechten Tag hab im Stream, so, also wirklich einmal, wenn überhaupt, also, heute ist so ein Tag zum Beispiel, aber da kann der Stream nichts dafür, oder sonstiges dergleichen, und, äh, ganz ehrlich, also, ich würd das, glaub ich, jedes Mal wieder so tun, weil das schon echt mega komfortabel ist. also, andere Leute fahren gerne eine Lamborghini und haben eine Putzfrau, und ich sag einfach, Alter, ich drück einen Knopf, und dann ist alles da, so, und muss nix machen, gar nix, und für, für viele Menschen, also wirklich, gerade wenn, wenn sowas mit der App, ne, wenn ich das sage, sagen mir sehr viele Leute, Dizzy, das sind First World Problems, ne, Maga, wenn auf deiner Arbeit dir irgendwas auf den Sack geht, was du jeden Tag machen musst, was eigentlich scheiße ist, was du verbessern kannst, dann machst du das auch weg, wenn du es wegmachen kannst, so, und ich find halt der Freund so, das muss weg, sei es, sei es der, also, es ist super schwachsinnig, zu sagen, sich für, jetzt wirklich, sich für 800 Euro, eine Kamera zu kaufen, damit man eine andere Kamera benutzen kann, die einfacher ist, das ist super schwachsinnig, und da müssen wir, gar nicht drüber reden, es ist super Banane, sich ne Sony 6000 zu kaufen, das Objektiv, Akku-Dummy, um das da hin zu hängen, damit die Fotokamera, an dem Ort liegt, wo man sie benutzen möchte, aber es gibt Menschen, die haben da so einen Tick, und ich hab da so einen Tick, mich regt das auf, oder wenn mein, mein, wenn das Auto nicht, wenn das Auto nicht immer ready ist, für lange Fahrten zum Beispiel, wenn ich mich da reinsetze, und das nicht ready ist, oder wenn im Auto, so, ich hab im Auto zum Beispiel, zwei Paar Schuhe, einen Hoodie, Zahnbürste, und den ganzen Shit, wenn ich das da nicht drin hätte, würde mich das aufregen, weil dafür ist die Kacke halt einfach da, oder wenn das in der Küche nicht funktionieren würde, oder ich müsste jedes Mal rumbauen, und ich müsste mich jeden Tag, mit dieser Scheiße auseinandersetzen, ey, früher hab ich das gemacht, und mich hat das wirklich, mich hat das so sehr genervt, im Stream, also mich nervt das heute, wenn einer heute zu mir sagt, dieses Jahr ist dein Stream schon ziemlich häufig ausgefallen, und ich aber für Windows-Updates nichts kann, also dafür kann ich wirklich nichts dieses Jahr, ey, dann triggert mich das schon, weil das so einmal im Jahr okay, aber mehr auch nicht, also einmal im Jahr ist alright, das kann immer mal passieren, aber das war dieses Jahr schon so häufig, weil mich das, mich triggert das so sehr, also ich nagel da auch einfach erbarmungslos Windows neu rauf, weil das für mich absolutes No-Go ist, das ist so ein Minenfeld, in das bewege ich mich gar nicht mehr. Ja, klar. Naja, dein Stream-PC wird ja demnächst ein Hackintosh werden. Das fühl ich so sehr, ne, Alex, das fühl ich so sehr, aber ich hab wirklich, ich muss mich da wirklich ein bisschen bremsen, Alex, wirklich. Alles gut, alles gut. Also, das ist für mich hier auch, das ist für mich hier, bin ich ganz ehrlich, ein sehr therapeutisches Unterfangen. Meine ich ernsthaft, weil mich, weil ich angefangen habe, das wirklich auch als dieses zu nutzen und ehrlich über diese Dinge zu reden. Und, ähm, es ist halt, also ich sag's dir einfach so, wie es ist, ich hab halt schon wieder in die Küche 2000 Euro reingedonnert. Einfach so, ich hätte auch Handys hinhängen können. Hätte. Ist aber nicht mein Anspruch. So, und wenn du dir das alles immer so vorrechnest und dir überlegst, was du mit der ganzen Kohle machst, für die du dir hättest, einfach mal vielleicht was für später kaufen können. Also, ich meine es nicht so, als wenn ich mir dafür nichts weglege oder ich mir mal was eigenes gründe. Ich hol mir das allererste Mal jetzt in meinem Leben, was für mich selber, worauf ich mich sehr freue, was nicht mit der Arbeit zu tun hat. Und zwar mein neues Auto. Und da hab ich keinen Fick drauf gegeben, was irgendeiner sagt. Sondern ich hab das Auto, mich mir rausgesucht, ich hab da alles reingezimmert, was da reingeht in die Kache. Das ist für mich und darauf freu ich mich. Das erste Mal. Wo ich gesagt hab, Chad, I don't give a fuck, ist mir egal, was ihr dazu sagt, ist euer Geld, aber das Auto, das kommt vor meiner Haustür. Und es ist kein Mercedes und es ist kein Sportwagen. Nein. Aber du willst nicht verraten, was es genau ist. Es ist ein Octavia RS, voll ausgestattet. So einen wie Golo hat wahrscheinlich, ne? Ne, Golo hat keinen RS. Das ist... Octavia ist eine schöne Kiste. Ja, ich weiß. Fand ich auch. Ist ein netter Kompromiss zwischen allem so. Ja, aber das ist schon der Kompromiss auf Spaß, ne? Wie auf Spaß? Also der RS ist jetzt kein Kompromissauto. Das ist schon... Warum ist... Der macht schon... Wozu ist das denn ein Kompromiss? Weißt du, was von meiner Haustür steht? Ich fahr eine fucking Anbauwand. Also ich fahr da draußen eine Anbauwand, die hat richtig Schub unter dem Arsch. Also das Ding fliegt. Das ist für mich ein Kompromiss. Weil... Also es ist ein schönes Auto, ist aber viel zu groß, ist nicht passig für die neue Zeit, verbraucht zu viel Sprit, wiegt zu viel, kommt weg. Ist das ein Kompromiss für mich? Was ist denn eine Anbauwand für dich? SUV, ganz groß. Du fährst ein SUV? Ganz groß. Okay. Ja, hab ich noch nie gehabt, hab ich nie gefahren, hab ich mich nie für interessiert. Wenn das dein Ding ist, klar. Eigentlich ist es mein Ding, ja. Ich seh mich da auch drüber. Aber ich hab halt für mich, also was ich mit Kompromiss meine, ist halt der Kompromiss zu sagen, ich verzichte auf nicht den Platz, den ich gerne hätte, um Sachen zu transportieren. Hab aber dafür ein kleineres Auto, kleineren Motor, also kleinere Maschine, weniger Gewicht, weniger Spritverbrauch. Mhm. Aber ich pendel sehr viel und dann möchte ich natürlich auf das etwas schnellere Pendeln nicht verzichten, wenn ich nachts fahre. Solange das noch geht, ja klar. Genau, solange das noch geht. Früher oder später kannst du auch in Deutschland die Autobahn nicht mehr, ja, das ist klar. Da wird das angeglichen. Na klar. Aber dann haben wir ja alle den Tesla-Autopilot, ja, für 200 Euro im Monat und dann drückst du einfach nur noch ein Knöpfchen, wo du hin willst und dann fährt ich das Auto dahin und dann ist alles cool. Sehr schön. Warum ich kein Volvo genommen habe? Weil Volvo zu teuer ist und ich sehe mich nicht in einem Luxusauto und Volvo ist ein Luxusauto. Ich entscheide mich, glaube ich, immer und so werde ich auch immer sein und deswegen besitze ich auch, ehrlich gesagt, nicht so viel von diesen Gütern. Ich bin ein sehr bescheidener Mensch und sehe mich immer in der Arbeiterklasse und deswegen nehme ich mir solche Autos. Aber dir ist schon bewusst, dass dein Streaming-Hardware-Style in Konflikt zu dieser Aussage mit Arbeiterklasse steht, ne? Ne, warum? Das ist mein, das, 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 hier, das ist mein Geld. Bagger, das ist nicht, das ist keine Luxusartikel, das ist meine Arbeit. Ich verstehe das, ich verstehe das und ich verurteile das auch nicht. Ich finde das sogar sehr cool, ne? Also dieses Format bringt mir genauso was, wie es dir offensichtlich auch dir was gibt, so, ne? Ja. So, ich finde das sehr interessant, weil ich natürlich auch wieder auf neue Ideen für mich gebracht werde, für die man sonst vielleicht viel länger gebraucht hätte oder man kriegt mal einen notwendigen Seitenhieb oder weißt du ja, egal was, so, ne? Aber ich verstehe schon, dass, dass, dass Menschen das dann auch scheiße finden können, dass, dass du auf der einen Seite sagst, naja, hier, ne, Kinder, Arbeiterklasse und so werde ich halt auch mal sein und dann so, ja, wie viele Kameras hat der noch mal, was für eine Vollformat-Kamera benutzt der noch mal für seine... Okay, pass auf. Ja, da verstehst du die Kritik dabei, ne? Ja, 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 ja. Erzähl ich dir. Ich gehe aus dem Raum raus, ich habe Sketcher-Schuhe für 20 Euro, meine Socken haben alle Löcher, I don't give a fuck, ist mir egal, also man kann über Fliesen gehen oder man merkt das. Ich habe eine 20 Euro gebrauchte Couch in meinem Ding stehen, eine 200 Euro Fernseher. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen was außerhalb wert ist, ist mein Bett. Und das ist halt einfach so, mein Bett habe ich viel Geld bezahlt, weil das halt wichtig für mich ist. Ansonsten in meinem Privatleben, wenn ich über die Straße gehe und du würdest mich nicht kennen und ich würde vielleicht mit meinem Auto vorbeifahren, würdest du sagen, das ist ein ganz normaler Dude und so einer bin ich halt auch einfach. Ja, klar. Also es ist schon, also Kind der Arbeiterklasse ist natürlich, kannst du jetzt so und so definieren. Für mich ist es aber immer und wenn diese Kritik kommen sollte für das, was hier steht, das ist halt das Geld, was meine Zuschauer mir gegeben haben. Nicht, dass ich mir, also so sehe ich das zumindest, nicht, dass ich mir einen dicken AMG hinstelle für eine Leasingrate von 1000, sondern einfach zu sagen, ey hier, ich gebe euch was zurück davon, solange wie ich kann. An dem Punkt bin ich jetzt mittlerweile, wo ich halt auch sage, so ab jetzt, Chad, und das habe ich auch vor einiger Zeit gesagt, ab jetzt, Chad, ist halt Feierabend. So, jetzt geht es in meine Tasche rein. So, das habe ich jetzt acht Jahre gemacht, jetzt geht es in meine Hosentasche rein. Mhm. So. Und das wird aber auch nichts daran ändern, äh, finde ich persönlich, an meinem Mindset zu sagen, äh, ich bleibe ein, ein bescheidener Mensch, also, was heißt bescheidener Mensch, ich muss das halt nicht raustragen, also ich würde mir nie im Leben einen Lambo kaufen. Bevor ich mir einen Lambo kaufe, würde ich wahrscheinlich zehn Leute lieber einstellen, die für mich arbeiten, damit halt die, damit da was, in Anführungszeichen, sinnvoll ist passiert, weil ich brauche das halt nicht, weißt du? Also ich wäre wahrscheinlich, selbst wenn ich Millionär wäre, würde ich immer noch meine 20 Euro Sketchers tragen. Und also natürlich kann man jetzt sagen, ich trage eine Apple Watch, okay, klar, habe ein iPhone, den ganzen Shit, I know, das sind Dinge, die ich zum Arbeiten gerne nutze, weil sie mir das Leben vereinfachen, aber alles andere ist mir so egal. Ich brauche keine fette Uhr, keine fetten Schuhe, kein dickes Auto, oder irgendwelche Seidenhemden, oder das geilste Shampoo, Alter, ich kaufe immer noch die billigste Scheiße vom billigsten ein, so. Und das reicht mir halt auch einfach. Und ja, der Octavia S ist jetzt nicht unbedingt so ein Auto, aber es ist halt einfach mal noch im Rahmen, wo man sagen könnte, es ist ein Pendlerauto, ist für mich okay. Und das S da drauf, habe ich auch wegmachen lassen, by the way. Es ist einfach nur, es steht nichts drauf. Auf dem Auto. Wegmachen lassen? Ja, ich habe das alles, das Auto ist clean, und da ist nichts dran. Ja, aber das ist doch nur geklebt, das machst du doch selber ab, da bezahlst du doch keinen für. Musste ich nichts bezahlen. Kannst du angeben. Okay, ja, cool. Hast du aber immerhin 100 Seiten unterschrieben dafür, ne? Ja, aber es fehlen dir noch Dokumente. Das hat mir der junge Mann noch nicht gesagt, was er noch braucht. Sind wir am Ende für heute, sag mal? Ja. Also... Dann werde ich mich jetzt wieder meiner Bohnenpfanne mit Tortilla Crunch widmen. Boah, ich habe heute auch so einen Brandmager, ne? Ich weiß nicht, warum, aber ich habe heute so einen richtigen Zieps auf irgendwas zu fressen. Das ist wahnsinnig. Ich glaube, heute... Hast du auch so Tage, wo der geht richtig scheißlos und du könntest den ganzen Tag nur fressen? Ja. Boah, ich habe heute Morgen mein Telefon aufgemacht und habe gedacht, scheiß doch die Tür zu. Warum muss ich so aufstehen? Hiobs Botschaft. Eins, zwei, drei, vier. Puff. Ja, dann mal gute Besserung. Also so einen Tag hatte ich heute nicht. Aber essenstechnisch könnte ich jetzt gleich noch was vertragen. Absolut. Ja, ich auch. Aber ich glaube, ich habe nichts da. Außer Salat. Tja, würde ich ja einladen. Nee, ich mache gerade im Rahmen eines Placements mit einem, das muss ich ja jetzt hier nicht großartig erwähnen, Premium-Fleischersteller, habe ich mir vorgenommen, mir in meinen Alltag zu integrieren, nur noch den Sonntagsbraten zu haben, um nur einmal in der Woche bewusst, vernünftig, wenn dann, Fleisch zu essen oder gar nicht. Okay. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob wir uns einigen können. Ach doch, du machst ja auch Veggie gerade, oder? Ich mache das, weil ich da gerade Spaß daran habe. Ja, genau. Ja, okay, gut. Dann könnten wir ja doch, ja, dann würde ich zum Essen kommen. Weil sonst, ich weiß nicht, ich will halt nicht immer dann sagen, nee, das will ich nicht. Das geht halt nicht. Ich finde ich scheiße. Ja, ist gut, alles gut. Alles gut. Alles gut. Nee, ich verstehe das. Ich mache das gerade einfach nur aus Spaß und Freude. Ich habe da jetzt keinen, keinen tieferen Hintergrund dabei, aber ich bemerke ja bei mir, also witzigerweise scheint ja in Fleisch sehr viel Energie zu stecken und wenn man in einer vornehmlich sitzenden Position arbeitet, braucht man diese Energie vielleicht nicht in dieser überschwänglich vielen Form und also dieser Groschen fällt bei mir auch gerade so langsam. So, you know? Also ich muss, also ich muss ehrlich zugeben, Alex, ich esse ja jetzt eine ganze Zeit lang schon Salat und ich esse, ich habe jetzt davor, also bis auf jetzt die letzten Tage, habe ich so ein Hähnchenbruchstreifen reingemacht und habe die so ein Teriyaki angebraten und so, war ganz lecker. Und ich muss wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses, also mit Fleisch geht es mir schlechter als ohne. Also gerade, ich merke das so, was Stuhlgang angeht, Scheißerei so, äh, you name it. Für mich ist es echt viel angenehmer, ohne. Also mal cool, aber ohne ist geiler. Weil du bist halt, du wirst halt nicht müde, ey ohne Scheiß, du kannst dir ein fucking Kilo Salat in den Kopf reinknallen, du wirst nicht müde von Essen. Und das ist für mich schon immer so eine, äh, und ich will da keinem was aufquatschen, macht was ihr wollt, also wirklich jetzt. Ähm, für mich ist das einfach so unglaublich befriedigend, eine ordentliche Mahlzeit zu essen, satt zu sein und nicht eine Stunde später, oh fuck, Alter, ich brauche jetzt Mittagsschlaf. Oder zu kontern mit einer Cola oder, oder, oder sonstiges dergleichen. Und das wirst du vielleicht auch relativ schnell feststellen, wenn du das machst, wenn du Gerichte gefunden hast, die dich nicht müde machen, war ja der Tag, da geht's ab wie, also als wenn du zum Mond fliegst, wie Besos. Ist so. also, äh, Besos ist ja nicht mal Astronaut, ja, also, äh, finde ich auch witzig, dass sie mal eben kurz die, äh, Regularien da so ein bisschen geändert haben, so, ne, und dann sagen können so, ja, der war ja gar nicht richtig im Weltall. Das fand ich, das fand ich so, weißt du, deswegen so, ja, erstes und privates Unternehmen, was nach oben kommt und hey, und dann so, Moment mal eben, ja, okay, alles klar, das müssen wir ein bisschen hochschieben so, und dann ist er nicht im Weltall gewesen. Das fand ich schon sehr dreist. Ähm, also ich hab schon, ich hab schon, ich hab immer schon mal, schon öfter mal, ähm, so komplette Nahrungsumstellung gemacht. Ich hab, ich hab eine Zeit lang mal nur, ähm, äh, Palio gegessen, ein halbes Jahr lang, ging's mir total super, da isst du sehr, sehr viel Fleisch und viel Gemüse, viel, viel Obst, viel, viel Salat, aber wenig von diesen typischen Kartoffeln, Sattmachern, Reis oder sowas, gar nicht halt, ne, null so, und, ähm, ich hab, äh, ich hab schon öfter so verschiedene, ähm, mal wochenlang nur so Säfte getrunken oder, äh, dann auch mal hier, das letzte war vor ein paar Monaten so, zehn Tage, ähm, Kohlsuppe gefuttert, einfach, einfach nur, um sich mal wieder so ein bisschen zu entschlacken, so das einmal im Jahr, hey, ich hab, ich weiß, was du jetzt sagst, ne, Gasbildung hoch zehn, hab ich nicht. Ich kann Kohl, in jeder, Bohnenkohl, kein Problem, aber esse ich einen Cheeseburger bei einem, bei einem, bei einem, bei McDonald's oder sowas, ne, dann, dann, dann kann ich aber zum Mond fliegen mit eigenem Antrieb, so, ne, hab ich nicht. So Kohlsuppe kann ich jeden Tag essen, ist überhaupt kein Problem. Ey, du, ich könnte, ich auch, aber ich sag dir eins, Alter, das wird oft verletzt, ist das nicht amüsant, das ist einfach nur so, aber genau so. Ja, verstehe. Ne, ne, das hab ich gar nicht, also ich hab da irgendwie eine ganz gute Verdauung, was das so angeht und das, das funktioniert auch ganz gut und ich hab schon echt eine Menge so mal für mich ausprobiert und so weiter, aber man verfällt halt immer wieder so in dieses alte Verhaltensmuster zurück, so, ne, dass es halt easy ist, mal hier und mal ein bisschen Süßigkeiten, da ein bisschen, ne, mal eben was, irgendein Fleischgericht oder sowas, weil es halt auch scheiße lecker ist, ne, und da bin ich dann auch ein bisschen Genussmensch und, ähm, ja, ich verstehe das, wenn du, ähm, wenn du sehr energiehaltige Lebensmittel weglässt, dann, ähm, fährt dein Körper halt auch gefühlt mehr hoch und sagt, alles klar, jetzt müssen wir für, jetzt müssen wir mehr Energie investieren, um aus dem, was er uns gibt, noch was rauszuholen, also hast du natürlich automatisch auch mehr Energie und bist wacher und fitter und so weiter, um das zu machen, so, und das hält auch eine ganze Zeit lang an und wenn du dann auch zwischendurch, mein Gefühl, ich, auch da, ich bin kein Ernährungsexperte, das war jetzt nur bei mir so, wenn du dann ab und zu mal wieder so eine, ähm, hoch energetische Nahrung halt reinballerst, das kann ja alles mögliche sein, auch Fleisch, äh, dann, dann hast du einmal wieder so dieses, boah, boah, das war jetzt aber schwer, aber boah, Mann, war das lecker, dann reicht das wieder. Ja, genau. Das ist genau so wie dieses Sport machen, wenn du, wenn du permanent Sport machst, macht das ja Spaß, das ist ja geil, das ist, das motiviert dich ja auch, weil du ja was, dann sowas zurückbekommst oder auch irgendwie merkst, dass das geil ist so, aber bist du dann, also mir geht das so, wenn ich dann aus Arbeitsgründen oder, also damals waren es Arbeitsgründe, oder, äh, dann wegen Krankheit mal ein paar Wochen ausfällst oder sowas, dieses wieder reinkommen, mach ich gerade gar nicht. Das kann ich nicht gut, du. Also bei mir gibt's gerade, also wirklich, ich hab, ich kämpfe sehr hart mit mir selber und gehe sehr hart mit mir ins Gericht, aber das gibt's nicht, es gibt keinen Tag, wo, also ich hab auch heute, ich hab mir heute, also weil wirklich, ich war so kacki, ich hab mir heute gesagt, ach scheiß, der Hund drauf, ich hab mir heute so eine kleine Doppelrone reingeknallt. Mhm. Mach ich den Stream aus, geh ich kurz vapen und dann geh ich eine halbe Stunde laufen, weil, äh, Schokolade ist zwar geil, aber muss auch wieder runter und raus. Es scheint so, auf nichts verzichten ist cool und alles reinwerfen ist auch cool, aber, äh, vielleicht sollte man sich da ein bisschen bewegen. Bodenpfanne mit Tortilla Crunch, Knoblauchschmand und Thymianreis, das wartet jetzt auf mich. Das, ich, Jim, ich gönn dir das. Das ist auch voll lecker, ich hab's, also wirklich. Gönnung. Voll lecker. Absolut. Jetzt haben wir trotzdem noch mal wieder zehn Minuten extra gemacht. Ja, war gar nicht geplant. Ich mach jetzt das Vorschlusswort. Äh, ich fand's mal wieder sehr interessant, ja, ich fand's mal wieder sehr interessant, viel, noch ein bisschen mehr von deiner Hardware, äh, zu erfahren. Man, man, man bekommt ja im Laufe der Zeit immer wieder noch so ein bisschen mehr mit. Wie? Wir waren jetzt schon bei, ja, das mit der Z1-Cam und dem ganzen, äh, wie auch immer die genau heißt, ne, die E1-Cam heißt die, und dem ganzen anderen Kram. Und auch wenn heute wieder vielleicht der ein oder andere kleine Trigger in deine Richtung gefallen ist, so, ne, dass dich so ein paar Sachen aufregen, wie die Vollformat-Kamera, die du auf, die du keinen Zugriff hast und so weiter. Aber das, du, ja, das ist schon krass. Ich find das sehr gut. Ich freu mich schon auf nächste Woche, wenn wir über ein neues Thema sprechen, über das wir uns im Vorfeld wieder mal keine Gedanken gemacht haben. Nee. Ähm, so richtig, aber der Chat hat auch nicht so richtig was reingeworfen, ne? Nee. Chat ist jetzt schuld, bei Alex, bei mir nicht, weil es, äh, nicht so schlimm. Nein, natürlich ist der Chat da nicht schuld. Aber ich, ich möchte mir jetzt auch nichts irgendwie so aus den Fingern saugen. Ich würd sagen, ich würd sagen, wir, wir, wir schreiben einfach die nächsten ein, zwei Tage nochmal, nochmal kurz, wenn wir, wenn wir so den Geistesblitz hatten, ne? Ja. Ansonsten wird's Wundertüte 2. Ansonsten wird's Wundertüte 2, genau. Find ich nicht schlimm, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so ein bisschen Bedenken heute. Wirklich. Aber wie easy wir halt schon wieder, äh, therapeutisch zwei Stunden rumgekriegt haben. Aber dann waren die zwei Stunden schon wieder um. Also Nils, es war mir eine Freude. Ich bedanke mich und ich freu mich auf nächste Woche beim nächsten Hardcast pünktlich ungefähr um 18 Uhr für zwei Stunden. Tschüss. Wieso ungefähr? Heute, ich war zwei, ich war nicht mal zwei Minuten zu spät. Nein, ach, wenn sich das mal ein bisschen verschiebt dahinten, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Also wie gesagt, wir sind hier nicht die Tagesschau. Wir müssen nicht um 20 Uhr sofort, also, ne? Meine Damen und Herren, schön, dass Sie auch in dieser Folge zugehört haben, gehört haben zu einer gemischten Wundertüte, die wir heute ausgepackt haben. So wie ich das vorhin sagte, meine ich das auch. Für mich hat das mittlerweile wirklich einen sehr therapeutischen Zweck auch, weil man sehr viel erzählen kann und ich auch das Gefühl habe, dass das hier an der richtigen Adresse ist bei Alex, weil der viele Sachen auch versteht. Und ich finde das sehr schön, dass wir nach so vielen Episoden, die wirklich schon eine Menge sind, wie ich finde, wir sind glaube ich bei 15 mittlerweile angekommen, immer noch so frei zwei Stunden vollkriegen. Also ich mache mir wirklich sehr oft Gedanken, ob wir das wirklich schaffen, zu einem gewissen Thema und ob wir es wirklich hinkriegen, immer wieder über neue Dinge zu reden und dann unterhalten wir uns halt einfach mal eine halbe Stunde über einen Drucker und über Kabel und Sortierung. Und dann denke ich mir immer so, ja gut, easy, kein Problem und dann sind wieder zwei Stunden, zweieinhalb Stunden rum und es war einfach ein Fest. Alex, danke schön, dass du da warst heute. An die Zuhörer da draußen, auf allen Podcast-Folgen, Podcast-Portalen, danke schön an der Stelle. Refunix, mein guter Küsschen geht raus, dass du dich darum kümmerst. Ganz viel Liebe an dich. An Chat auch, an alle Zuseher. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch mit Thema ganz viele Fragezeichen. Tschüss. 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 Schuss.